Hallo, 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 Lami, zu spät, ey Leute, was geht ab, Mann, hier ist euer zu spät, komm mal Kopf, Nummer 1, ja, oh mein Gott, ich seh schon da hinten, nein, ey nein, was macht die denn da, Moment, 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 das muss ich mal abchecken hier, Leute, das kann nicht wahr sein, oder, ey, was, Emily, guck dich einfach den Bauernhof ohne mich an, was ist das denn, oh mein Gott, erst mal hallo an alle im Livestream, was geht ab, Freunde, was geht ab, na, Pupsis, wie geht es euch, geht's euch gut, ja, Emily, voll frech, und du voll süß, Emily, und du voll süß, oh, hö, 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 hey, A-A-Ray, was machst du denn hier mit diesem Tannenbaum, hä, wo hast du den denn her, oh, ah, fresher Merch hier am Start, hä, woher hat A-A-Ray diesen Weihnachtsbaum, oh, ja, okay, okay, aha, aha, komm mal raus, deine Dance-Moves, oh, was macht ihr hier, Freunde, den Po-Shaker, ja, ei, 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 okay, Leute, ich glaube, es wird Zeit, dass wir mal, ähm, ja, Emily ranholen, den hab ich vom Weihnachtsmann, ey, A-A-Ray, du kannst doch nicht einfach vom Weihnachtsmann klauen, was ist los mit dir, Oh, Mann, oha, Leute, da ist Emily, ey, schlepp mich auf, Emily, oh, hö, kann man nicht hier drauf irgendwie, oh, schade, hi, cuta, oh, mein Gott, Leute, guckt euch mal an, was für eine sasse Online-Daterin das hier ist, ei, 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 Emily, ganz genau du, hä, oh, ey, Emily, ey, was geht, Junge, du hast einfach das, das Update schon ohne mich angeguckt, hey, ja, ey, Freunde, wenn Lami so lange braucht, dann ist doch klar, dass ich ohne den guck, ja, 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 Leute, dann ist jetzt auch klar, dass ich auch mal hier zum Bauernhof gehe, hä, du, wo, hä, welche Richtung fährst du, Ja, ich hab dein Auto genommen, also dein Traktor und ich bin jetzt hier beim Bauernhof, hä, was, ach so, ihr habt da hinten schon den Bauernhof hingestellt, oh, das ist von A-A-Ray, oh, ich dachte, das wäre von dir, nein, 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 ich war im Bauernhof und hab das Bauernhofhaus da hingestellt, okay, okay, warte, ich komme, ich komme, hä, nein, das ist auch nicht mehr, ja, egal, ich komme trotzdem da hin, oh, Freunde, okay, dann gehen wir mal eben zum Bauernhof, Ah, doch, das ist hier doch noch, ah, okay, hä, hä, okay, Freunde, oh, ha, okay, Leute, ich hab auf jeden Fall noch nicht das neue Bauernhofhaus gesehen, habt ihr das schon gesehen? Ja, könntest du vielleicht, äh, ein bisschen heller machen hier mal? Ja, natürlich, Moment mal, ha, tschu, das ist doch mein Rauch, oder? Ja, danke schön, okay, also, das Haus ist eigentlich an sich cool, aber... Ja, such dir das aus, Freunde, das ist echt klein, Freunde, was sagt ihr denn zu dem Haus? Findet ihr das gut? Findet ihr das nicht so gut? Findet ihr das eigentlich cool, Emily, und nicht vergessen, wir können ja jetzt auch hier die Kamera auswählen, ne? Also, ich kann das, glaube ich, nicht machen, weil das ist nicht mein Server. Aha, okay, Leute, ihr wisst ja, hier diese Freecam, die ich gerade benutze, die kann man jetzt benutzen auf privaten Servern, also, wenn euch ein privater Server gehört, im Brookhaven, dann könnt ihr diese Kamera ganz easy auswählen, mit Shift und P. Das müsst ihr beides drücken, und dann habt ihr hier so eine kleine Drohne, mit der ihr rumfliegen könnt, aber ihr wisst ja, dass Emily und ich diese Drohne auch so hatten in Roblox, also wir könnten, wir konnten die auch so benutzen in öffentlichen Servern, aber Emily, du weißt ja, das geht gerade leider nicht mehr. Komm mal her, Laps, komm mal her, zu den Mädchen hier. Ja. Das ist bestimmt Mia oder so, guck mal, was auf der Kette, ist das Emmy? Guck mal, was die auf der Kette hat. Moment mal, Moment mal. Ein Elf, ihr lovey. Ein Elf, ein Loser. Oh mein Gott, oh mein Gott, was sagst du da? Oha, okay, aber, oh ich schließe gerade, äh, ich hab Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, Lydia, und an alle anderen, die auch Geburtstag haben, Happy Birthday, und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Genau, Happy Birthday. Mhm. Ah, das ist Mia, die hat sich jetzt extra beschriftet. Ah ja, ja, zeig mal her, hier den Skin. Komm mal her, auch sehr, sehr cute. Uh, okay, fresh. Ja, okay, okay, aber ich glaube, ich finde diesen Skin hier cooler, weil das ist der Lami-Merch. Ja, okay, ist ja, was, bald? Okay, äh, okay, lassen wir das. Aber, Freunde, was sollen wir heute spielen? Worauf habt ihr Lust? Wir können wirklich alles machen, worauf ihr Lust habt. Und, Freunde, natürlich werden auch wieder Bowworks verteilt, denn das habe ich lang nicht mehr gemacht. Ganz genau, aber, Freunde, wir können auf jeden Fall noch eine kleine Runde hier in Brookhaven bleiben, denn, Freunde, ihr wisst ja, neues Gebäude heißt ja auch eine neue Runde Hide and Seek, oder? Ja, das heißt das eigentlich, hast du, hast du recht. Ja, also, Freunde, habt ihr Lust auf eine Runde Hide and Seek? Mhm. Schreibt es mal jetzt in den Chat, ich sehe schon ganz oft wieder Dorst. Ich sehe Dorst. Dorst, Dorst, hau, hä? Ey, Freunde, hier liegt mittlerweile auch so Dorst wie ich. Ja, Leute, was ist los mit euch? Auf einmal wollt ihr nur Dorst sehen, oder was? Mhm. Können wir natürlich machen, Freunde, ist gar kein Problem. Hide and Seek mit Zuschauern, okay. Ähm, ja. Ja, also Dorst, Murder, Mystery, Hide and Seek, wie immer, ne, Freunde, machen wir so. Wieder das Tagesprogramm. Mhm. Ja. Oha, ey, Leute, guck mal, wie krass das aussieht. Und? Wow. Was denn? Ich hab die Freecam gar nicht, voll unfair. Wow. Tja, Pech gehabt. Aber ich würde sagen, Lamy, das heißt, ich suche auch als erstes, okay? Okay, okay, warte, wir müssen noch Nadine grüßen. Nadine, wir grüßen dich. Heißt die vielleicht Nadine und nicht Nadine? Oh. Nadine, wir grüßen dich. Oder auch, vielleicht auch wirklich Nadine, keine Ahnung. Ja, ich weiß ja nicht. Kannst du mich grüßen, Emi? Ich grüße dich nicht. So. Hab ich was verpasst? Oh, haben die sind hier drauf? Nein, Leute, es hat noch niemand was verpasst. Wir haben gerade erst angefangen zu streamen. Und ihr könnt auch mal gerne erstmal einen dicken Daumen nach oben geben. Ist so. Bei unseren beiden Streams hier. Ist so, Freunde. Ich hab schon 300 Likes. Sehr, sehr cool. Aber ich will die 1000 Likes voll machen. Auf jeden Fall. Wichtig, Freunde. Und deswegen macht die mal voll hier bei uns. 1000 Likes wollen wir sehen. Ne, was Emily sagt, stimmt. Oh, ich wusste es. Freunde, schon sehr krass, dass die jetzt schon die 300 Likes voll macht. Ihr werdet immer heftiger. Ja, nochmal. Okay. Unsere Community ist wirklich die heftigste. Ja. Aber ich glaube, ihr wollt jetzt eine Runde Heil und Seek, oder? Ja, würde ich jetzt auch mal sagen. Ich steige hier einfach mal in den Bus rein. Lamy, du musst mir den Link schicken. Ja, dass wir den weiterschicken können. Hier schreibt jemand gerade Tower of Likes. Was ist das denn? Tower of Likes? Keine Ahnung, noch nie gehört. Aber ich würde dann sagen, Freunde, bevor wir euch den Link schicken, wir müssen erst mal hier ein bisschen aufräumen. Denn der Server ist ja schon halb voll hier. Annie, Uzi, Mia und lieber A-A-Pups. Leute, die schmurgen sich hier mal drauf. Ich würde sagen, also das Team, das Team kann gerne verlassen. Dankeschön. Mia und Annie und Uzi auch. A-A-Ray könnte theoretisch hier bleiben und mitspielen, oder? Oh, er ist schon weg. Oh, oh, Mist. Ähm, okay, ich gucke jetzt mal nach Tower of Likes. Es scheint wohl so ein Ding zu geben. Äh? Was redet ihr da? Oh mein Gott, okay. Leute, ich checke schon mal ein paar Verstecke ab. Also zuerst bist du, oder was? Äh, ja, ja. Also ich würde sagen, dass wenn du suchst, dass wir auf meinen privaten Server gehen, dann kann ich halt mit der Freecam gucken, weißt du? Ah, ja, okay. Ich glaube, also machen wir zwei Runden, oder was? Ähm, ja. Weiß nicht. Ja, ist halt die Frage, ne? Oh, A-A ist wieder am Start. Okay, 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 okay. Weiß nicht, Freunde, ich würde sagen, wir entscheiden spontan, oder? Ob wir nach dieser Runde noch Lust haben. Das Ding ist, Freunde, also Lamy hat schon was gegessen, aber ich nicht wirklich. Das heißt, ja, ich habe wieder voll Hunger. Ich habe extra gesagt, iss mehr, damit du keinen Hunger hast. Ja, Freunde, aber Lamy hat mich genervt. Leute, sag, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, was redest du da? Nein, wir reden darüber jetzt nicht. Na doch, wir reden da jetzt über... Das mache ich vielleicht kein Essen. Ja, okay, Freunde, somit hat sich das erledigt. Äh, wollen wir jetzt, äh, kannst du mir jetzt den Serverlink geben, damit wir den Link weitergeben können? Ja, aber erstmal die Regeln, Freunde. Ihr wisst ja, wenn ihr auf den Server kommt, dann heißt es auch schon automatisch, dass ihr auch Bowbugs bekommt. Das heißt, wenn ihr auf dem Server seid, müsst ihr die Regeln befolgen, um die Bowbugs zu bekommen. Als allererstes drückt ihr hier drauf, setzt euren Avatar zurück. Dann macht ihr euch komplett klein, so klein wie es geht, 0,5. Dann nehmt ihr ein Schild. Das ist hier direkt in der dritten Reihe, das erste. Dann schreibt ihr darauf euren Roblox-Benutzernamen. Bei mir wäre es Lamy Roblox. Also nicht bitte verlassen darauf schreiben, Freunde, das brauche ich jetzt fürs Suchen. Genau, einmal euren Roblox-Benutzernamen hier draufschreiben. Dieser Name von euch kommt dann auf die Bowbugs-Liste. Und wenn Emily euch dann dieses Schild zeigt, Moment mal, wo verlassen draufsteht, dann könnt ihr den Server verlassen. Und erst dann bekommt ihr auch Bowbugs. Das heißt, ihr müsst selber den Server verlassen. Ihr werdet nicht gekickt, sondern müsst das selber machen. Aber ich glaube, die Leute sind mittlerweile schon so krass. Leute, ihr kennt die Regeln. Deswegen, ich kopiere jetzt mal ganz schnell den Link. Moment mal, Freunde. Ja. Schickst du mir den auch? Äh, ja klar. Okay, gut. Was heißt das für dich? Okay, du hast den Link. Okay. Und ich würde sagen, wir schicken den beide auf drei rein, okay? Okay. Eins, zwei und drei. Oh. Hier, Freunde, ich schick den drei mal rein. So. Und dann wollen wir mal schauen, wie schnell die Leute sind. Oh, oha. Aua. Okay, Freunde. Oha, oha, okay. Ich sehe hier schon ein paar Leute. Okay, warte. Ich hole auch mal hier meinen Bus ab. Ah, ja, ja. Ah, stimmt. Sollen wir, äh, das Haus da einfach lassen? Oh, oh mein Gott. Welches Haus? Hä, bei, äh, Bauernhof. Äh, ich dachte, wir gehen da jetzt suchen, oder nicht? Ja, also soll ich das da lassen? Ja. Okay. Äh, steigt ihr ein? Hä, warum sind das nun so wenig? Oder kommen mir das so wenig vor? Moment. Nee, der Server ist voll. Okay. So. Ah, die bereiten sich erstmal alle vor. So, solange gucke ich mal in den Chat rein. Ja, wir spielen jetzt Heiden Sieg, Freunde. Genau. Eine knackige Runde Heiden Sieg. Oha, warum schicke ich den Link so spät? Hä, der war voll früh, Freunde. Ich habe ihn direkt mit Lanz geschickt. Ähm. Aller mal einsteigen. Oh, Gartik-Form können wir theoretisch auch noch spielen später, wenn ihr Lust habt. Oh, oh, ich glaube, ich habe hier jemanden überfahren, ey. Ey, so, da ist noch einer. So, okay, setze ich hinten rein. Perfekt, Freunde. Ey, setze ich einfach hinten drauf, mein Freund. Aufsteigen. Was? Emily, hast du Führerschein? Ja, Freunde, ich habe den Führerschein. Aber nicht lange, jetzt seit einem Jahr oder so. So, okay. Oha, das wird so heftig. Ich bin so gespannt, wo sich die Leute hier verstecken werden, weil, ja. Da schreibt mir jemand, ich bin das erste Mal hier auf dem Server. Oh, das freut mich. Okay, Leute, macht euch alle klein, nicht vergessen. Und bitte nur hier im Grundstück verstecken. Also nicht irgendwie außerhalb vom Bauernhof oder so. Ey, was? Ich habe Emelies Stimme anders vorgestellt. Nicht so tief. Ey, was? Was ist denn da nicht zu sagen? Hallo? Hä? Aber, hä, warum stellst du dir meine Stimme anders vor? Hä? Hä? Oder guckst, hast du meine Shorts geguckt? Aber da habe ich ja auch geredet. Emily wird dein Mann? Ey, Lavi. Ey, ich stecke fest mal. Ich stecke fest. Ich komme nicht raus. Ey, wo bist du? Ah, jetzt. Okay. Okay. Ey, 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 Leute, hier nichts mit Schlafsack machen. Die kleinen Cheater. Ei, 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 okay. Ja, Freunde, hier ist ein gutes Versteck. Emily wird eine Frau. Ja, der Link ist, also der Server ist schon voll, Freunde. Dann ist ja klar, dass ihr da nicht mal reinkommen könnt. Und so, und wir können es ganz schön warten. He, he. Okay, Leute, wo verstecke ich mich, ist die Frage. Das Ding ist, ich kenne mich hier bei diesem Haus noch gar nicht aus. Oha. 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 Oha, ah, ah. Leute, ja, das Versteck ist gut. Aber ich glaube, es ist gar nicht mal so gut, um ehrlich zu sein. Weil wenn man da einmal mit dem Einkaufswagen durchfährt, war es schwer. Ja, ich höre mich an wie ein Mädchen. Ja, Freunde, ich weiß, ich habe nicht die weiblichste Stimme. Aber wie ein Mann. Oha. Warst du mal in einen Lehrer verliebt? Nein, also, Freunde, verliebt euch nicht in Lehrer. Das ist, äh, ja. Nee, das sind, nee. Nee, tut's nicht. Du heißt Robertu. So, Emilys AA schreibt Ohio. Ja. Was, Ohio? Wie, Ohio? Emily, du bist nicht fair. Äh, oh, äh, äh. Hä, warum das denn? Lami, du hast den Link nicht geschickt. Doch, Leute, sonst wäre der Server ja nicht voll. Mhm. Ohio, moin, Meister. Was geht ab, Freunde? Magst du Bürger? Na klar mag ich Bürger. Was ist das für eine Frage? Nubi, oh mein Gott. Oha. Okay. Alice schreibt, ich küsse dein Herz. Ich küsse dein Herz. Soll ich mich auch verstecken? Ja, Array, du kannst dich auch einmal verstecken. Kannst du bitte meinen Kommentar vorlesen? Hab ich gemacht. So, Lavi, musst du dich nicht verstecken? Wie kannst du denn so rumreden? Ich bin schon versteckt. Ja, nee, nee. Ich verstecke sich jetzt alle bei mir. Ey, Leute, sucht euch euer eigenes Versteck, Mann. Äh, kannst du noch eine Runde? Kann sein, dass wir danach noch eine Runde spielen, wo Lami sucht. Freunde, wie wir gleich Lust haben. Ja. Oh, oh mein Gott. Okay, er ist hier versteckt. Ich lasse dir dein Versteck, mein Ehrenpupsi. Ich verstecke mich einfach hier. Ja, genau. Heute spielt Ronaldo? Ja, kann sein. Echt? Das sagst du einfach so? Du bist doch verliebt in Ronaldo. Hä, Ronaldo spielt voll oft? Ähm... Ja, Freunde, was soll ich sagen? Wenn der Server voll ist, dann kommt ihr nicht rein. Also, wir können ja nur 10 Leute rein. Und im Mainstream sind 360. Und bei Lavi locker 2000. Und ja, ihr wisst, dass... Ja, es ist, äh, ja. Es ist schwer. Aber an die, die zum Beispiel schon öfters drin waren oder schon mal drin waren, dann lasst doch mal die anderen, die wirklich noch nie waren, eine Chance. Und so können wir alle uns gegenseitig helfen. Aber Lami und ich können da leider nichts machen. Äh, habe ich hier Moderatoren im Chat? Hallo? Leute, Leute, Leute. Was ist dein Lieblingssong? Fragt Samira. Okay, beantworte du das mal, Emily. Was? Nochmal? Was ist mein Lieblingssong zur Zeit? Kannst du das vielleicht beantworten? Ähm... Ja. Ja. Der neue Song von, äh, ne? Darf ich das sagen? Ah. Ähm... Hm. Aber ich weiß nicht, ob das mein Lieblingssong ist. Nee, das muss schon was Älteres sein. Äh... Äh... Das Ding ist... Hä? Also, ob du nur so ein Lieblingslied hast. Ich hab... Ich hab locker schon so... Zehn oder so. Ja, du hörst ja auch so... The Boys are Liar! Oh mein Gott. Du hörst immer auch die gleiche Musik. Ja, Freunde. Wirklich. Ey, Leute. Mit Emily Musik zu hören, ist so schlimm. Deswegen ist es, ich liebe es mitzusingen mit den Liedern. Sonst höre ich die nicht gerne. Und ja. Die Kälte ist einfach nur zehn Lieder. The Boys are Liar! Immer, wenn ich im Auto bin und sage, Emily, okay, komm, mach mal Musik an, dann denke ich mir immer so danach, okay, hätte ich das mal nicht gesagt, weil jetzt kommt wieder dieselbe Musik, die immer läuft bei Emily. The Boys are Liar! Äh, ja. La Gra. Naja, Freunde. Ist egal. Ihr könnt gerne ein Lieblingslied haben, 100. Ihr könnt 100 mehr das gleiche Lied hören oder 100 verschiedene Lieder hören. Ist doch wurscht. Hauptsache, ihr seid glücklich und habt Spaß. Genau. Ja, aber jetzt ist immer noch, ich beantworte, was ist mein Lieblingssong? Weißt du noch, welchen... Hast du überhaupt einen? Welchen Song wir im Auto oft gehört haben? Moves Like Jagger. Mhm. Das ist dein Lieblingssong? Ja, aber der gehört auf jeden Fall schon, äh, weiter oben dazu. Okay. Weißt du, weißt du, ein, äh, ein Lieblingssong von mir? Ja, Boys are Liar. Hehe, ne Boys are Liar. Ja, komm, nehmen wir dazu. Ja, aber meistens Conga, Conga, Conga. Oh mein Gott, stimmt. Ey, wie sieht es eigentlich gerade aus bei euch? Ähm, ja, also ich gucke hier die ganze Zeit mit der Drohne. Kannst du mal dein Auto wegmachen? Uh, wo versteckt der sich denn? Oh, süß. Hier, Lola schreibt gerade, wie war die Woche mit deiner Freundin? Und, Leute, es war echt cool, muss ich sagen. Äh, aber... Warte mal. Hallo? Ah, Ah, Ray, ist das dein Ernst? Such dir mal dein eigenes Versteck. Was ist los mit dir? Oh mein Gott, versteck dich mal oben, Junge. Nein, nein, nein. Nein, nein. Du bist auch bei mir? Was? Du bist bei mir und ich bei dir. Kann ich jetzt eigentlich mal kommen? Ja, es muss sich nur noch Ah, Ray verstecken. Und, Moment mal, hier ist noch einer gewesen. Aber, was ich sagen wollte, Freunde, ich bin froh, dass Lamy und ich jetzt wieder alleine sind. Ich stream und arbeiten kann. So, ich mach mal Musik, was... Oder ich mach mal andere Musik, voll die langweilige Musik. So. Wartet mal. Hä? Gibt's hier noch so ein... Oh mein Gott. The boy's a liar. Oh mein Gott. The boy's a liar. Ey, bitte, Leute, sagt mir, bitte, wie ist der hier hingekommen? Ey, Freunde, ich kann nicht mehr aufwarten. Ich renne jetzt einfach zu euch. Ist mir egal. Nein, nein. Hör. Es geht los. Es geht los. Okay, die wirst du niemals im Leben finden, Emily. Ich weiß nicht, wie die da... Na, egal, ich sag gar nichts. The boy's a liar. He, 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 Freunde. Äh, Mbappé oder Messi? Ja, Leute. Das Ding ist, Ronaldo ist auch Mbappés Idol. Mhm. Aber Messi ist, glaube ich, krasser als Mbappé. Äh, kann ich jetzt? Ich würde sagen, Emily, ja. Du kannst... Kannst du mal dein Auto wegmachen? Ja, das kann ich gerne wegmachen. So, zack. Und ich mach noch dunkel. Wollen wir mal, Freunde. Als erstes schauen wir mal hier nach, ob sich hier irgendein Stinker versteckt hat. Aber, nee, anscheinend nicht. Leute, ich werde jetzt Emily komplett mit der Kamera hier verfolgen. Okay, hier sind, glaube ich, keine drin. Nee, Freunde. Ich glaube, das gucke ich hier erst mal lang. Okay. Hier ist niemand. Okay, okay. Äh. Oh, weia. Ja. Oh, weia. Ja. Was ist denn mit dem los? Also, ja, warum nicht? Was macht der? Ist hier jemand? Oh, mein Gott. Oh, da ist sogar echt jemand. Hä, was macht der Brie hier? Ich weiß nicht. Oh. Der läuft einfach rum. Hallo, es geht ja los. Oh, mein Gott. Ich hab AA gefunden. Nein, AA. Nein, das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist nicht dein Ernst, oder? Nein, AA. Versteck dich nochmal. Geh dich nochmal verstecken. Das ist nicht dein Ernst. Er hat verlassen, oder? Hat er verlassen? Oh, mein Gott. Ich glaube, besser ist AA Raider versteckt. Ich hätte jetzt echt gesagt, versteck dich nochmal neu, weil das so schlecht war. Oh, mein Gott. Ei, ei, ei. Oh, ein Geschenk, Freunde. Aber niemand im Geschenk. Hä, wo bist du? Moment mal, wo bist du? Oh, ich bin, äh, im, äh, im Steil. Ich geh da jetzt wieder raus. Ah, okay. Wollen wir mal weiter gucken. Kann hier sich jemand hinlegen? Nö. Ich verfolge dich. Warum sagt ihr das so spät, ey? AA, komm doch mal rein. Hast du, äh, den Link regeneriert? Ja, ja. Gut. Also, das war ja mega schlecht. Ja, ich glaube, das Ding ist, hier gibt es gar nicht mal so viele Guti-Verstecke. Ich habe hier auch jemanden. Ich habe hier bestimmt ein paar Leute jetzt. So, Freunde, wollen wir mal einkaufen gehen? Oh, da haben wir schon was Leckeres. Oh. Oh, war ja. Okay. Das hier schon wieder der Brie hier. Okay. Moment mal. Noch nicht verlassen. Noch nicht verlassen. Sujuk. Sujuk, ein, zwei, drei, eins. Ey, der Name ist cool. Ich liebe Sujuk. Ich auch. Hast du? Warte, noch nicht. Hi. Jetzt muss ich mir erstmal die Namen hier aufschreiben. Süßer Skill übrigens. Auf die Bowbugsliste. So, erstmal kommt A-A-Ray hier auf die Liste. Der kleine Nub. Warte, noch nicht verlassen. Okay, egal. Laminaldo habe ich. Du hast den anderen, oder? 1, 2, 3, N, okay. Hast du den anderen mit den ganzen Wissen? Okay, A-A ist ja auch gerade lang gelaufen. Okay, danke schön, süßes Sujuk. Dann kannst du verlassen auf jeden Fall. Genau. Da ist Sujuk. Boi, danke, dass du mitgemacht hast. Sujuk, 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 Sujuk. Ey Leute, es gibt einen Sujuk-Song. Ey, ich habe hier noch jemanden. Oh, ja, der war auch im Heuhaufen. Ja? Ah, das ist sein Name. Er heißt Sein. Aha. Aber den werden wir easy peasy finden. Genau, wir brauchen noch einmal seinen Namen hier. Ah, der Tobi, cool, 2000 ist das. Ah, cool. Okay. Okay, dann kannst du verlassen. Dankeschön. Emily, du bist frech. Ich gucke hier einmal meine Kommentare und das ist, was ich lese. Ey, Tobi, cool, ist gar nicht drinne. Äh, doch? Nein. In der Gruppe? Ja, in meiner Gruppe ist er gar nicht drinne. Warum ist hier eine Leiter? Heißt er wirklich Tobi cool? Äh, ja. Tobi cool 2000. Ja, aber er war nicht drinne. War das wirklich sein richtiger Name, Leute? Weiß nicht. Weiß nicht. Oha, Freunde. Wie soll ich denn das machen? Multitasking oder was? Ich kann nicht mal essen und dann mit Lami reden. Das war nicht gut. Wo bist du? Oha, was geht denn hier drin ab? Ja, okay. Alter, was geht denn hier drin ab, Mann? Ich habe hier schon jemanden gefunden. Hallo? Ähm, geht es dir gut? Hä? Ja, okay. Oh, okay. Und ich muss auch langsam mal auf Klo, Freunde. Ähm, okay. Du liest das, oder, Lams? Ja, ich mache das schon. Okay. Okay. Ich gehe mal eben auf Klo, Freunde. Eine Sekunde Werbepause. Let's go. Okay, Moment mal. Was sagt sie? Ihre Freundin will auch welche. Ich bin unsichtbar. Eins, zwei, drei, vier hieß ihre Freundin. Ja, okay. Sehr gut. Ja, HGFP. Okay, Freunde, wenn Emily gleich kommt, ne? Ihr wisst, was zu tun ist. Schreibt einfach, bah, man hat dich pupsen gehört. Alle bei Emily gleich schreiben, bah, man hat es gehört, wie du gepupst hast. Was redest du, Lami? Hä? Was redest du schon wieder? Ja, Freunde, schreib das nicht rein. Ey, nein. Warum schreibt die Emily, du hast gefurzt rein? Äh, bah, Emily, wir haben dich voll geirrt. Ey, Leute, immer wenn ich auf Klo gehe, ich mute mein Mikrofon. Bist du fertig, Lahmz? Hast du ihren Namen? Ja, ich bin fertig. Ich habe ihren Namen und den von ihrer Freundin. Was steht auf ihrer Kette? Pi... Hehehe. Peaches? Peaches? Steht da Peaches oder was steht da? Oh, nee, ich habe nicht gefurzt. Äh, auf ihrer Kette? Ich glaube. Pisces! Lami, das ist ein Sternzeichen. Ja, und was für ein Sternzeichen? Äh, Leute, was ist das nochmal? Heeskess? Ich glaube sogar vielleicht Fische oder so. Heeskess? Ah ja, Fische! Heeskess. Oh mein Gott. Pisces. Oh, ich habe hier jemanden, oder? Ah, ich schreibe Princes. Oh mein Gott. Fische, okay. Ich habe hier jemanden. Wo denn? Hier. Hier. Wo ist denn hier? Im Kamin. Kamin? Ja, die werden nicht rauskommen. Ja, da war ich auch schon voll am Steckenbleiben hier. Am Stecken? Oh. Hä? Ja, gut. Was denn? Was soll ich dir sagen? Da sind ein paar Leute hinter, ne? Äh, also einer ist hinter dir jetzt. Ja, ich habe hier ein paar Leute auf jeden Fall. Da hin läuft jemand! Es ist dein Ernst! Oh mein Gott, was macht die da? Hä? Oh mein Gott, wie cool ist dein Skin? Hast du den Namen, Lambs? Äh, nee, noch nicht. Womit mal. Chefpilot. Chefpilot. Fifi. Man hat dich pupsen gehört. Freunde. 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 Wie sind die dahinter gekommen? Ich sehe die doch hier. Da ist noch jemand. So. Da ist noch jemand. Komm mal raus. Ich hole dich irgendwie raus. Boah, Freunde. Guckt euch das mal an, Freunde. Emily, na los. Reiß an ihr. Sie funktioniert nicht. Guckt euch die mal an. Wie die hier einfach mal chillt. Das juckt die gar nicht. Ey. Frech. Aber wie ist die da hinten? Junge Dame. Kommen Sie mal bitte mit. Oh oh. Oh weia. Kommen Sie mal ganz schnell mit hier. Jetzt wurde sie erwischt. Moment mal. Was schreibt sie da? Wie ist die Name? Ich komme hier nie wieder hoch. Ey. Oh. Roblox. Lilly. Oh oh. Die kommt da nicht hoch. Die steckt fest. Nein. Die Arme. Oh mein Gott, ey. Die geht auf jeden Fall auf voll den Noobskin. Die muss ich mal updaten. Mhm. So. Freunde. Weiter geht's. Roblox. Wie hieß sie? Lilly. Lilly. Arne geht. Hier liegt jemand. Hier liegt jemand eiskalt. Hallo? Noch jemand? So. Ich komme nicht raus. Schreib sie. Du darfst schon mal rausgehen. Okay. Ich habe hier noch jemanden. Ah. Hier. Okay. Leute. Schreibt dir mal in die Kommentare. Ich hasse Lamy nicht. Das ist doch nicht. Ich will nicht gehen. Wenn ich muss. Äh. Will ich Aaron, Finny, Bellbell und meine beste Freunde grüßen. Okay. Bubble T. Wir grüßen alle deine Freunde. Mhm. Hast du alle Namen, Lams? Jetzt voll den Online Data Skin, ne? Ein bisschen. Ja. Ja. Das Oberteil ist auf jeden Fall von einem Online Data. Okay. Warte. Bubble T. Schreibe ich mir mal kurz auf. Oh. Die Props sind somit jetzt auch weg. Aha. So. Du kannst ihn selber verlassen. Ashley. So. Einmal verlassen, bitte. Okay. Hier ändert jemand die Props. Was? Ich bin die mit dem Sassel Skin. Oh ja. Ah. Mit dem Dings. Ne. Doch nicht. Aber der ist auch ziemlich sass. Aber auch ziemlich süß. Okay. Du kannst es auf jeden Fall verlassen. Danke, dass du mitgemacht hast. Und hier sind nur noch... Hey. Hier sind voll viele. Ei, ei, ei. Ich sehe auch schon zwei. Aber ich sage dir nicht, wo die sind. Oh. Meinst du die zwei im Bett hier, die Sousen? Äh. Nein. Hier, Susi. Nein. Oh mein Gott. So. Einmal los mit dir. Dann hole ich hier die nächste Person raus. Komm mal mit hier. Ey. Da sitzt jemand. Was? Da sitzt jemand einfach draußen hier. Hä? Ernst? Äh. Die Blavis Dünner-Merch. Let's go, Susi. Hier, warte. Wie heißt sie? Äh. Dunja. Dunja und Sarah. Cool. Darf meine Freunde aus? Sie heißt Sarah und Dunja. Cool. Okay, okay. Was? Ich mag deine Videos. Oh, danke schön. Sie kann nicht dabei sein wegen einem Termin. Sehr schade. Hast du die Namen? Ja. Ich habe beide Namen. Auch hier von Ducky. Die läuft mir schon hinterher. Nee, warte, noch nicht. Und hier ist noch jemand. Keks-Bella. Ja, warte, die habe ich schon nicht. Oh mein Gott, Lamy. Jetzt hast du aber viel, äh, viel zu tun. Was denn? Sind die schon weg, oder was? Nee, aber die schreiben hier alle rein irgendwas, bitte. Ah, okay, warte. Ducky 2012 Melly. Hä? Okay, okay. Hä? Ich habe einfach... Ah, okay. Hä? So, Meles habe ich. Ja, klar kannst du halt, Voodoo. Da stand einfach, ich habe Chat-Probleme, Chat-Verbindung unterbrochen. Ja, das steht manchmal bei Brookhaven. Aber ich brauche noch ihren Namen hier. Nicht bei Brookhaven im Livestream. Oh. Aber der ist jetzt wieder da. Okay, also auf jeden Fall dieses Mädchen. Ich brauche noch deinen Namen hier im Bebe-Merch. Name bitte. Deinen Namen habe ich, Mädels. Du kannst raus. Okay, Keks unterstrichs Bella. Also Bina. So. Dankeschön, süße Maus. Ja, da kannst du einmal rausgehen. Ich hoffe, du hast dein Bild gemacht. YouTube down? YouTube down? Nee, nee, nee. Nix YouTube down. Ja, das war aber echt schon gerade komisch. Äh, nee. Freunde. Verbindung sollte gut sein. Freunde, die hört uns ja noch gut, ne? Seht ihr uns noch? Alles in Ordnung? Das Ding ist, hier muss halt jetzt auch irgendwo der Tresor sein, ne? Ja. Und ja, da vermute ich euch auch alle. Aber ich weiß nicht, wo der Tresor ist. Und das ist echt schwierig gerade. Aber, was gibt es hier noch so? Oh, ein Dach. Oh. Warum sind hier Props? Okay, Freunde, da schauen wir direkt mal nach. Ei, ei, ei. Leute, Leute, Leute. Ey, was schreibt ihr? Schaufel? Schaufel? Ja, hier hat jemand einen Tipp geschrieben. Tipp, Schaufel. Ja. Könnte vielleicht ein guter Tipp sein. Okay. Ja, ich würde vielleicht auch mal die Schaufel in die Hand nehmen. So, Freunde. Oh, mein Gott. Oh, Mann, ey. Du bist nur ein Doob. Ey, sei leise, du stinke Boobst. Oh, mein Gott. Was denn? Nix. Und? So. Hier sind doch... Ich wusste es. Hier ist hier jemand. Ähm. Nee. Aha. Hier war... Ah, da war A-O-Raid drin in der Doob. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. A-A ist hier einfach. Oh, mein Gott. A-A. A-A. Such dir ein neues Versteck. Geh, Wasser, A-A. Geh und komm nie wieder. Okay. Komm einfach nicht mehr. Deine Verstecke sind zu... Ja. Egal. A-A-Raid, du weißt, morgen... Morgen nehmen wir Amongus auf. Amongus. Hä, was soll ich jetzt machen? Okay, 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 Leute. Hier, Schaufel. Das, was Emily jetzt macht, davon habe ich selber noch keine Ahnung. Hä? Ach so, man kann hier diese Dinger hier einfach tauschen. Ey, guck mal. Noll. Ah. Cool. Okay. So. Ah, hier sind noch Props und ich habe hier, glaube ich, gerade jemanden gesehen. Wo? Äh, ich fahre da einfach mal mit dem Dingswagen durch. Hä? Nein. Hä? Ei, 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 also... Mein Safe wurde wieder ausgeraubt, okay. Ja. Das macht die ganze Zeit Bananinaldo. Hä? Aber... Freunde. Wie viele fehlen eigentlich noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, fünf Leute fehlen noch. Aber wie grabe ich denn jetzt? Ja, mit der Animation einfach. Ah. Aber wo... Hä? Let's go. Lol. Als ob du dich da jetzt rein teleportiert hast. Ah. Hä? Aber wo sind die anderen? Ja, das war nur einer hier. Hä? Mann, schreibt der. Nein, Bananinaldo. I am Lami's cutie sieben. Hä? Hä? Der ist auch immer in den Lami Gaming Views dabei, der Ehrenmann. So. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hä? Leute, übrigens, morgen nehmen wir mit ein paar mehreren YouTubern wieder auf. Und zwar Among Us. Und zwar Among Us. Da ist auch A-Ray am Start. Ich glaube, Among Us wird auch am Start sein. Vitamine wird, glaube ich, am Start sein. Wer noch? Äh. Danja? Danja wird am Start sein. Ah, ah. Vielleicht endlich mal Mario. Ja, ob der dabei sein wird, keine Ahnung. Vielleicht. So, wie viele sind hier noch? Oh mein Gott. Du musst vier Leute noch finden. Seid ihr alle. Es gibt hier noch irgendein Secret, oder? Bananinaldo, du kannst auf jeden Fall verlassen. Deinen Namen, deinen Namen habe ich jetzt. Okay, wo einer ist, das weiß ich auf jeden Fall. Guck, da stehen wir mal an, ey. Das ist ja gut für dich. Aber ich weiß das leider nicht. Was schreibt ihr? Äh, was schreibt ihr? Emily? Emily? Nein! Was hat er geschrieben, Freunde? Emily, das ist krass. Komm mal. Ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt hinterherkommen kann, Freunde. Er will mir bestimmt was zeigen. Nee, nee, nee. Oh mein Gott, der kommt selber nicht mal aufs Dach hier. Oh. Hä? Hä? Lol, der hat dir ein Secret gezeigt. Echt? Ja, ja, spring mal da hier gegen die Wand. Einfach da rein. Alter, wie krass. Aber hier ist niemand. Hä? Oh mein Gott. Ey. Oh. Freunde. Aber hier ist niemand, hä? Lol. Okay, krass. Aber krass. Sehr, sehr krass. Aber wo seid ihr? Lams und so. Ja, keine Ahnung. Ey, ich seh A. Ist das dein Ernst? Das ist nur A-Au, Ray. Seid ihr auch im... Seid ihr auch hier? Das weiß ich nicht. Das zählt ja gar nicht mehr mit zum Grundstück. Aber ich guck mal nach mit der Drohne. Nee, da ist keiner. Ich guck mal hier in der Scheune nach. Ich schau doch nur. Freunde. Habt ihr Tipps an mich? Wo können hier noch Leute sein? Ey, aber Leute, hier niemanden verraten, ne? Nein, nur so Tipps. Nur Tipps geben. Warte mal. Ja. Du darfst keine Tipps verlangen. Hallo. Freunde, gib mal Tipps. Nein, 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 Leute. Gib keine Tipps. Emily darf das so ruhig selber machen. Du kleiner Noob. Hm. So. Banani Naldo. Du darfst den Server jetzt mal verlassen hier, mein Freund. Dann bekommst du auch die Baubugs. So. Du bist jetzt auch auf der Liste drauf. Hm. Freunde. Lams, wo bist du? So, guck mal. Ich hab jetzt hier schon mal auf der Baubugs-Liste alle Namen stehen. Ich werd's euch gleich zeigen. Emily, wo bist du eigentlich? Ich bin wieder auf dem Dach gelandet. Aha. Warum solltest du denn aufs Dach gehen? Oh mein Gott. Ihr seid hier, ne? Nein. Hä? Ich bin einfach so aufs Dach. Einfach so? Ja? Und nicht, weil die gesagt haben, Lamy ist auf dem Dach? Nein, aber du bist auf dem Dach, ne? Ja, vielleicht. Aber wo? Ja, guck doch mal richtig nach auf dem Dach. Hä? Du Noob. Hä, Freunde? Dein Ernst? Oh. Hä? Wo ist denn hier jemand? Freunde, die veräppeln mich, oder? Oh mein Gott. Emily, wo bist du? Ähm, ich bin auf der Scheune. Ja? Da hab ich auf jeden Fall jetzt jemanden gefunden. Ja. Äh, oh mein Gott, ey. Dass du den nicht alleine gefunden hast, ne? Sondern nur mit Hilfe. Hä? Warum hab ich den grad mit der Hilfe gefunden? Ja, weil die gesagt haben, geh aufs Dach. Wann hat jemand gesagt, ich soll aufs Dach gehen? Alle schreiben das gerade. Auf deinem, in deinem Lightstream vielleicht? Nein, nein, nein. Nein, in deinem. Also, da hab ich das nicht gesehen. Ich bin grad zufällig. Und dann hab ich den hier hinten liegen sehen. Ähm, aber ich weiß, dass du da hinten bist. Aha. Wie, aha? Warum ist hier niemand drin? Da ist doch jemand! Wo? Wo? Hier. Wo bist du? Hier in dem Ding. Ah, ja, da hab ich mich am Anfang versteckt. Yay, okay, okay. Sehr gut. Hier ist niemand. Wo? Ah doch, da ist jemand. Ich hab hier zwei Leute. Moritz! Moritz Bauer und der hier. Ah, okay. Ja, Akio hab ich schon. Moritz Bauer kann nicht Foto. Mach mal ein Foto mit ihm. Er hat sogar das Lamy Cape. Ey, was ist das für ein Ehrenmann? So, ich mach auch nochmal hier. Beide wollen ein Foto. Ihr könnt einfach einen Screenshot machen aus meinem Livestream. Hier mach ich euch ein superschönes Foto. Äh, Freunde? Aber wo ist Lamskopf? So. Ich schreib mir das mal auf. Moritz Bauer 9, oder? Äh. Ich hätte fast gewonnen. Ja, tut mir leid. Jetzt muss ich hier nur noch diesen Zellentricks und Lams finden. Okay. Und Lamy cheatet? Und Lamy cheatet? Ey. Das stimmt doch gar nicht. Ey, wenn du so. Ey, das stimmt doch gar nicht. Hä? Was will ich mir damit jetzt unterstellen? Hä? Hä? Das Ding ist, er hat ja irgendwie so gegrinst, beziehungsweise gelacht, wo ich so aufs Dach und so. Lamy ist halt safe auf dem Dach. Aber wo? Bye. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Und schönen Tag euch noch. Und doch Lamy cheatet? Ey, Moritz Bauer, du Verräter. Warte mal. Aber wir müssen mal kurz nachschauen, wo ist eigentlich der Allerletzte? Also jetzt brauchst du ja wirklich nur noch diesen E-Zendricks 4. Also gibst du dem Recht, dass du cheatest? Nein, nein, nein. Aber wir müssen erstmal gucken, ob er vielleicht nicht cheatet, dieser Zentricks. Ähm, der könnte uns einen Tipp geben. Moritz Bauer ist noch da. Moritz, ey, du musst leider gehen. Moritz, du musst verlassen. Guck mal, ich finde aber keine Spur. So weg ist er. Von dem letzten hier. Ah, Freunde. Wir schauen hier nochmal alles sehr, sehr, sehr gut ab. Ja, mach das mal lieber. Ja, mach ich auch. Ich höre auch nochmal nach hier. Habe ich vielleicht den letzten übersehen? Ähm. Freunde? Ja? Warte mal. Er hat gerade geschrieben. Und ich habe das gesehen. Hä, wie, du hast ihn gesehen? Ich habe ihn. Ich habe ihn. Hä, wie, du hast ihn? Ja. Wo? Weiß man nicht, wo? Ich? Hä? Ich habe ihn. Wo bist du denn? Da ist er! Ja! Leute, der war hier drinnen? Ja, er nahm ihn. Oh mein Gott. Krass. Okay. Dann hat er ja verdient gewonnen, oder? Ja. Ah. Ja, ja, ja. Er hat's. Ja, ja, ja. Safe. Okay. Wie heißt der? Einmal dein Schild, bitte. Dein Schild brauchen wir, Guter. Ich glaube, der ist gerade zuvor aufgeregt. Äh. E-Centrex. Vier. Okay. Lami ist in der Dusche. Gucken wir jetzt, Freunde. Gucken wir. Krass. Ja, okay, Freunde. Was sagt ihr? Wie viele, wie viele Bobaks soll er bekommen? Oh mein Gott, der freut sich ja unnormal. Süßkopf. Ja, mein Freund X. Amgen. Ja, ja, Moment mal. Du musst nur stehen bleiben einmal. Hä? Wo ist er? Hä? Wo bist du, Emily? Gau doch mal, wo ich bin. Hey, was willst du hier, hä? Du kannst mir nichts erzählen, dass du die ganze Zeit hier so standest, Lami. Doch, ich stand die ganze Zeit hier. Nein, Freunde. Leute, Leute, lügig. Lami hat so geschummelt. Lügig? Ja. Ja oder nein? Ja. Schreib das jetzt in den Chat. Ich gucke jetzt deinen Stream an, Lami. Ja, guck doch. Ich war die ganze Zeit hier. Freunde, ich gucke jetzt. Ich gehe jetzt in Lami streamen. So, der Gute hat zu Recht gewonnen. Freunde, ich gucke jetzt. Wo ist Lami hingegangen? Wartet mal. Äh, ja, du kannst ja gerne weitergucken. Leute, ich werde jetzt erstmal die Bubux hier verlosen. Ja, Freunde. Sag mal ehrlich, wo war Lams, hä? Lami, ich war die ganze Zeit da. Die ganze Zeit. Freunde, so frech, ne? So frech. Ihr habt Glück, dass wir jetzt noch eine Runde spielen, Freunde. Dankeschön, Lami. Hä? Du brauchst dich nicht zu bedanken. Du bist der Beste. Du hast sehr, sehr krass gewonnen. Aber, ah, das war heute nicht so stark von dir, muss ich dir leider sagen. Ja? Was sagst du zu deiner Verteidigung, A-A? Dass du so schlecht bist? A-A sagt E-E. A-A sagt E-E. So. Okay, Leute, hier, ihr seht auf jeden Fall, die ganzen Mitspieler, die bekommen alle 333 Bubux. Also alle Mitspieler. So. Jetzt, warte, wir hatten hier noch Moritz Bauer 9 zuletzt. Und der letzte, also der Gewinner, war E-Zen-Trex-4. Ja. Ja. Äh, oh, warte mal. So. Freunde. Habt ihr jetzt Lust? Und, wartet mal, er wollte noch seinen Freund X, Amgin, 8, 8, nee, 8, 2, 2, 8. So. X, Am, Gin, 2, 8, 8, nee. So. Aber, Freunde, habt ihr jetzt Lust, nochmal Heiden Sieg zu spielen? Oder sollen wir was anderes machen? Genau, stimmt. Ihr einfach mal ab. Ja, sag mal jetzt Bescheid. Soll ich eine Umfrage machen? Das Ding ist, Leute, wenn wir jetzt nochmal spielen, auf welcher Map? Also, wo sollten wir jetzt Verstecken spielen? Hide and Sieg oder was anderes? So, Freunde, ich frage euch jetzt. Der Gewinner bekommt einfach mal 1111 Bubux. Oder, Leute? Klingt doch gut. So. Viel Spaß mit dem Bubux, meine Freunde. Und jetzt würde ich sagen, wird es Zeit für eine neue Runde. Äh, keine Ahnung, was auch immer. Ja, ich glaube, es wird Heiden Sieg. Ja, nochmal Heiden Sieg. Dankeschön, dass du da warst. Also, 59% ist gerade Heiden Sieg. Okay. 60%. Ja, Freunde, wir spielen Heiden Sieg. Let's go. Aber ihr müsst auf Mainz, aber. Ja, da müssen wir aber abstimmen, ähm, auf welcher Map. Ja, welches Haus, bei welcher, äh, also bei welchem Grundstück sollen wir Heiden Sieg spielen? Weil hier können wir jetzt eigentlich alle verstecken, oder? Ich gehe schon auf meinen Server. Äh, weißt du, was wir lange nicht mehr gemacht haben? Und zwar so in diesen Einkaufsfront. Weißt du, wir haben uns ja immer einen ausgesucht, entweder die eine oder die andere. Ja, ja. Das können wir wieder machen. Ja, okay. Ein Krustentrum hatten wir letztens. Wir können mal wieder ein paar Häuser. Das heißt, ich muss suchen. Oh mein Gott. Okay, Leute, let's go. Zweite Runde, zweite Runde Heiden Sieg startet gleich. Emily erstellt nur gerade kurz den Server. Wir müssen dann auch mal ganz kurz den Server wechseln. So, Freunde. Machen wir mal ganz schnell. Jetzt muss ich mal gucken. Hier. Ja, Freunde, wir haben eine Freecam wieder. Ey, ich habe die so sehr vermisst, Freunde. Ja. Das Ding ist, Leute, wir konnten unsere eigene Freecam nicht benutzen, weil die von Roblox leider gesperrt wurde. Danke an Roblox dafür. Dankeschön, wie immer. Also, Leute, das ist echt komisch gemacht jetzt. Wir hätten diese Freecam hier, die ihr gerade seht, immer auf jedem Server, bei jedem Spiel benutzen können. Aber danke an Roblox. Ihr habt das gesperrt. Ja, Freunde, was soll ich jetzt sagen? Diese Freecam habe ich so geliebt zu benutzen bei den Videos. Zum Beispiel bei den Online-Data-Videos war das so gut. Also, wir konnten immer in die Häuser reinfliegen, in die Zimmer rein und wir konnten so nachschauen, ob die Sass sind oder nicht. Und jetzt können wir das einfach nicht mehr machen. Aber, Freunde, vielleicht, wer weiß, wir kriegen vielleicht unsere alte Freecam wieder, die wir überall benutzen können. Kommst du jetzt noch mal in Privatseure-Bahn? Ja, ja, ja. Habt ihr den Link schon lange geschickt? Ich komme, ich komme, ich komme. Ey, ich sehe hier ganz viel Hotel. Hotel? Ja, Hotel hatten wir aber auch schon oft. Da will ich euch alle... So, ich mach mal eine Umfrage. Also, ich würde euch alle bei Hotel direkt finden. So ein Ding ist das. Ich mach mal eine Umfrage. Wo? Also, es gibt einmal die Läden. Also, Freunde, da gibt es einmal die Seite Läden hier hinter mir mit der Bank und so. So, dann gibt es Hotel, mach ich mal rein. Äh, was noch? Hotel, 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 Blaue Villa. Okay, Leute. Jetzt habe ich gerade gelesen von Bluecraft und DJ Gameboy. Bluecraft? Äh, es liegt also am Update von Roblox. Oh. Also beim Anti-Cheat. Das heißt, es gibt jetzt zwar weniger Hacker, beziehungsweise fast keine Hacker mehr in Roblox. Wegen dem neuen Anti-Cheat. Aber man kann jetzt auch nicht mal mehr Shader benutzen oder sowas, Emily. Oha, okay. Ich habe die eh nie benutzt. Von daher, also ich finde es nicht so schlimm. Aber das Ding ist, viele haben ja auch Geld ausgegeben für so Freecam wie zum Beispiel wir. Mhm. Oder auch für die Shader. Egal. Die haben ja auch einige viel Geld ausgegeben. Egal, egal, egal. Lani, ich habe jetzt wichtigere Fragen. Ja, okay, frag mal. Und zwar gibt es ein paar Häuser, die haben wir noch nie bei Heidenziek genommen. Zum Beispiel, kommen wir zu Haus 11. Haus 11, okay. Zum Beispiel, das hier ist auch ein großes Haus. Könnte man benutzen, oder? Benutzen, benutzen, ja. Oder das hier auch. Ist auch so ein gutes Haus eigentlich. Zeig mal her. Freunde. Ja. Oder auch das hier ist auch ein gutes Haus. Das ist auch voll groß. Ich würde sagen, aber weil du ja suchst, darfst du auch entscheiden. Okay, warte mal. Hä, das sind, es gibt sogar noch mehr Häuser. Ne, das Haus, ne, das Haus, das kenne ich in- und auswendig. Okay, welch, das hier, oder? Ja, hier könnte man, ja, doch. Das haben wir, glaube ich, noch nie benutzt. Ja, aber gibt es da viele Secrets? Ja, das weiß ich nicht. Eben gab es auch kaum welche. Oder so überhaupt verstecke. Das müssen wir dann halt suchen. Ich finde das Haus ziemlich leer von innen drin. Da kann man sich, glaube ich, nicht so krass verstecken. Freunde. Wir können das aber auch so machen. Oh, die schreiben nein. Emily, wir machen das so, okay? Mhm. Lass uns mal, ähm, zu Haus 23 gehen, okay? Und 24. Ja. Wir machen das jetzt so. Wir spawnen hier zwei Häuser. Und in den zwei Häusern spielen wir dann Hide and Seek, okay? Okay, okay, alle schreiben nein. Aber welches Haus? Okay, warte. Ich würde sagen, ich nehme einfach mal dieses Haus. Das habe ich wirklich nie benutzt, weil das so hässlich ist, finde ich. Ich benutze einfach mal das Haus hier. Okay, dieses Haus benutzen wir, oder? Boah, ja, das ist echt hässlich, Freunde. Leute, wer baut bitte so ein Haus? Jetzt mal. Alter. Leute, das kann man doch nicht ernst meinen, oder? War es beiseite, Freunde. Das geht echt nicht. Stellt euch vor, ihr wohnt in so einem Haus. Ey, geh mal raus hier. Ich suche schon ein paar Stücke. Hier ist einfach alles schief. Wie soll man hier kochen, bitte? Wenn man hier so eine Zwiebel reintut, also so auf den Tisch. Die rollt einfach runter. Ganz genau hier in die Toilette rein. Oh mein Gott, Leute. Also der Architekt von diesem Haus hier. Keine Ahnung. Das ist voll geil, das Haus. Ey Leute, das sieht schon aus. Sie müssen den Link schicken. Sieht schon cool aus. Oh, ja, Link bekommt die gleich sofort. Moment mal. Du musst nur den Link gleich neu regenerieren. Nicht vergessen. Ja. Und Leute, danke schön für über 1000 Likes. Ich küss auch eure Herzen. So, Freunde. Wollt ihr den Link haben? Ich glaube schon. Lami, bist du bereit? Lams? Hä? Freunde? Was ist mit Lams passiert? Lams? Lamsu? Lamson? Hä? Hä? Leute, der lacht sich da drüben bestimmt gerade ins Fäustchen. Lami? Lami? Hey? Hä? Hä? Lami? Soll ich jetzt zu denen rüber gehen? Freunde, ich geh mal zu denen rüber. Was? Hä? Oh, ich hab dir fast in die Hose gemacht. Nie. Er macht das nie. Ey, Leute, ich hab dir erschreckt, Mann. Sui. Ey. Nö. Du musst nicht überstehen kommen. Und du bist ein kleiner Sassi. Ey, Freunde, das war so klar. Ich hab mich einfach erschrocken. Hat man das gehört? So. Oh, mein Gott. RIP an Emily. Das macht er immer. Leute, wirklich erlebt es, mich zu erschrecken. Leute, ich glaube, es wird mal Zeit, dass ich das mal immer filme, wenn ich Emily erschrecke. Weil daraus könnte man einen ganzen Kinofilm machen. Das stimmt. Aber können wir jetzt endlich mal den Link schicken, Lams? Ja, warte mal. Ich gucke dir mal. Ich sag, wie so wie es ist. Ich glaube, das sind richtig schlechte Häuser. Nee, das hier eigentlich nicht. Okay. So, ich mach mal hier die Fenster extra zu. Hier auf. So. Okay. Ihr kriegt jetzt sofort den Link, wenn Lams sagt, dass er ready ist. Ja, ich bin ready. Okay. Drei, zwei, eins und go. Leute, guckt in den Chat. Ah, wir müssen an den Spawn landen. Ja, ich fahre jetzt direkt hin mit dem Bus. Ja, mach mal. Ich habe mich irgendwie verlaufen hier im Haus. Freunde, ich komme. Oder ihr fahrt einfach mit der U-Bahn hier hoch, Leute, wie ihr wollt. Oder ihr steigt jetzt hier in den Lami-Bus. Ich hole euch ab, Freunde. Okay, macht euch klein, ne? Nicht vergessen, Freunde, macht euch klein. Ja. Schild in die Hand. Ihr wisst, wie der Hase hochfällt. Okay, Emily, du weißt jetzt, Link neu regenerieren, bitte. Ja. Das machst du direkt jetzt am besten. Ja. Okay, hast du? Nö. Okay. Alles hier auch in Emileys Bus. So, jetzt. Wenn ihr bei mir nicht reinkommt, dann geht bei Emily rein. So, Freunde. So. Lol, der Lami-Bus. Genau, Alessio. Okay. Hey, Freunde, ihr könnt euch jetzt hier. Moment mal, der war doch schon. Ich bin schon wieder drinnen. Hey, Moment mal, Moment mal. Hier, mein Freund. Du musst doch eigentlich den anderen eine Chance lassen. Mann, Mann, Mann. Ey, Bananinago. Ey, Leute. Ihr müsst schon den anderen eine Chance lassen. Mhm. Ei, ei, ei. Also, Freunde. Bitte, wenn ich schon mal hier drin war, nicht doch mal auf den Link klicken, weil jeder soll ja einmal Bowbugs bekommen. Mhm. So, dann wollen wir mal nach einem Versteck suchen, oder? Was sagt ihr, Freunde? Und ich habe irgendwie im Gefühl, dass es heute gar nicht so leicht wird. Ich weiß nicht, warum. So, aber hier sind auch ganz, ganz viele neue Leute drin. Emily, guck mal, mein Shirt. Äh. Hey, der war auch schon eben drin. Der hat ein Lami-Naldo-Trikot. Ey, das muss ich auch noch... Oh, Leute. Bald gibt es dieses Trikot hier bei mir im Merch-Shop. Okay, Freunde, versprochen. Sehr okay. Ja, finde ich auch. Ja, also, Bananinago und hier. Sofuck, Chibi. Einmal bitte raus auf süß. Das Ding ist, ich habe jetzt den Licht regeneriert. Ich glaube, es sind noch ein paar Leute in der Warteschlange vielleicht. Hoffentlich, Freunde. Sehr, sehr schade auf jeden Fall, Freunde. Ich habe euch eben noch was dazu gesagt. Genau, lasst den neuen Leuten hier bitte eine Chance, damit jeder hier einmal Bauwax bekommt. Ganz, ganz wichtig. Oha, was hat die denn für Schuhe hier? Hey, so. Müssen wir mal schauen, wo wir uns verstecken. So süß. Hey, Leute, versteckt euch. Außer, Moment mal, hier ihr beide. Bananinago und Akio. Okay, Akio ist weg. So, Bananinago, du das auch einmal weg. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Und zwei sehr cute Verstecke. Bin Girl Naldo. Katzen-Eis-Lady. Nee, ja, dich kenne ich auch schon. Oh, ich bin entführt. Okay, ich glaube, ich habe mein Versteck, Freunde. Ich glaube, ich habe es. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Oh mein Gott, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Nein, nein, nein. Den Skin nimmst du auf jeden Fall nicht, du kleiner Cheater. Was ist das denn für ein Cheater? Soll ich mal? Nein, 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 nein. Das ist bestimmt wieder I am Lamis Cutie 7, oder? Moment mal, hier. Ashley war auch schon drin. Leute, Leute, lasst den anderen bitte eine Chance. Okay, er ist, glaube ich, nicht mehr drin, oder? Okay, Leute, versteckt euch alle bitte. Alle bitte verstecken. Freunde, sieht man mich? Ich bin voll gut versteckt, oder? Was sagt ihr dazu? Und warte mal, hey, hey, nicht cheaten hier mit diesem Skin. Du musst ein Skin zurücksetzen. Von 10? Hör dich. Nicht. Warte mal, anderer Skin. Und verstecken. Freunde, cool, oder? Mach mal ein Emily Cape. Freunde, es ist da was in Planung. Einfach mal abwarten und Tee trinken. Oder soll ich mich da hinstellen, Freunde? Soll ich hier bleiben? Freunde? Ich zeige euch nochmal. Ich bin hier, aber ich könnte mich auch hier verstecken. So. Was sagt ihr? Was ist besser? Der erste oder das zweite? Leute, nicht vergessen, ihr dürft hier bei den beiden Häusern verstecken. Nicht nur in einem Haus, sondern in den beiden. Erste. Sucht euch also bitte hier ein Haus aus und versteckt euch dann dort. 1, 1. Also das erste? Oh, Verlame, sieht mich nicht. So? Erste? Oh, warte. Hey, dann bleibe ich. Oh, man sieht meine Hand. Emily, mach mal bei deinem Haus die Fenster zu. Ja. Ich sehe alle dadurch. Ähm, wie macht man das überhaupt? Einfach auf das Fenster klicken. Oben. Ähm, Mitbewohner? Nein, 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 nicht. Du bekommst keinen Mitbewohner. Freunde? Jeder spielt mit den gleichen Chancen. Also, Freunde, versteckt euch. Ah, da haben wir es. Ja. Ah, Emily, hast du auch mal die Knopf gefunden? Ja. Hab's gar nicht gerafft. Ja, Aussteuerung, Freunde. Hab's jetzt auch leider, äh, zum Glück gecheckt. So. Aber, wir hoffen jetzt mal, niemand kommt zu mir in mein Versteck. Hm, vielleicht nimmt sie sich sogar das Versteck. Nee? Ich glaube, wenn Lamy mich in diesem Versteck findet, Lamy, darf ich dann noch eine Chance haben? Okay. Hi, Freunde, dann stelle ich mich genau in das Versteck hier einfach. Und hier ist halt wirklich niemand. Link, bitte. Leute, der Server ist jetzt schon voll, leider. Hier ist auch niemand. Noch eine Runde. Wo sind denn alle? Leute, nach dieser Runde würde ich sagen, spielen wir erstmal was anderes, oder? Und beim nächsten Stream können wir dann wieder Heid and Seek spielen. Ich habe Lust auf Doors. Hihi. Oh, aber, Freunde, stimmt. Was wollen wir gleich nach dieser Runde Heid and Seek spielen? Doors oder Murder Mystery? Womit fangen wir an gleich? Hm. Können wir ja gleich mal gucken. Ich glaube, es wird wieder so, dass wir erstmal Doors spielen, dann ein, zwei Runden Murder Mystery. Aber, Lamy, es läuft hier niemand mehr rum. Okay, okay, okay. Leute, ihr habt, ich würde sagen, noch eine Minute Zeit zum Verstecken. Also, ich sehe in dem komischen Haus niemanden. Und? Ja, auch nicht. Wow, die rasten ja richtig aus. Was denn? Nein, aber Doors mit so richtig angry Emojis. Ja, bei mir Murder Mystery nur. Oh, doch, hier läuft jemand rum. Okay, okay, ja, jetzt auch ganz, ganz viel Murder Mystery. Leute, wir machen gleich einfach eine Umfrage, keine Sorge. So, mal schauen, wo sie sich versteckt, Freunde. Ich glaube, sie hat ein echt süßes Gesicht. Oh, die Person, die sich da ganz oben auf dem Haus versteckt. Ich habe nicht gesehen. Was ist das für ein Gesicht, Freunde? Das ist wunderbar süß. Hallo. Guckt euch die mal an, Freunde. Was denn? Da verstecken sich ein paar auf dem Haus. Da, genau da. Seht ihr das in der Lücke? Das ist einfach ein Schuh von jemandem. Oh, hier ist auch jemand. Da versteckt sich einfach jemand, Leute. Oh, da ist auch jemand? Lol. Die werden wir gleich als allererstes finden. Ist hier auch irgendwo jemand? Okay, du kannst jetzt dunkel machen. Und dann geht es los. Okay. Wenn es dunkel ist, dann geht es los. Warte, hier läuft noch jemand rum. Guck mal. Wo ist sie? Ähm, ich habe sie verloren. Oh Mist. Egal. Du kannst jetzt dunkel machen und dann geht es los. Freunde. Und wir machen mal... Du musst mir sagen, wann dunkel ist. Ja, es ist schon dunkel. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt? Ja. Okay, Lambs. Das heißt, du kannst jetzt anfangen. Wo bist du? Okay. Hier in der Mitte. Draußen. Okay. Ich verfolge dich jetzt, ja? Okay. Ich bin genau... Ich bin genau hinter dir. Ja, ja. Sag mal was Cooles. Äh, du stinkst. Sorry. Okay, Freunde. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das bin ich auch. Bin gespannt, wie ich falle umhoben. Und diesmal soll ich die Leute aufschreiben? Genau. Du schreibst die Namen dann bitte einfach hier im Chat auf. Ich schreibe dir einfach in Teamspeak. Genau. So. Okay. Ich bin mal gespannt. Gibt es hier überhaupt krasse Verstecke in diesem Haus? Ähm. Ja, wirst du selber sehen, ne? Was ist das hier? Oh mein Gott, ey. Stellt euch vor, ihr lebt wirklich in so einem schiefen Haus. In welchem Haus glaubst du eigentlich bin ich? Äh. Keine Ahnung. Du bist bestimmt in diesem Gartenhaus von dir drin, ne? Hi, Freunde. Hm. Also ich habe auf jeden Fall ganz, ganz viele auf dem Haus gesehen. Hm. Ich auch. Aber ich habe auch eben eine Person verfolgt, die ist im Haus. Aber die wirst du bestimmt schnell finden. Oh. Ei, ei, ei. Ey, was soll das hier? Ich habe hier voll viele Props reingetan. Okay. Das Geld ist hier noch drin. Das nehmen wir mal ganz kurz raus hier. Okay. Hier ist auf jeden Fall eine Person, Lams. Hä? Lams, wo bist du? Okay. Wer will Bowbugs von mir? Oh, da habe ich schon die erste Person. Aber guck mal, wie süß ihr Gesicht bitte ist. Ey. Ich stecke hier fest. Ich stecke hier fest. Oh. Oh mein Gott. Hallo? Aha. Guck mal, wie süß. Oha. Sorry. Richtig süß. Freunde, so sehe ich aus. Nein, Mann, oh, schreibt sie. Ja, sorry, süßes Mädchen. Ei, ei, ei. Okay. Deinen Namen bitte. Spare auf Core-Blocks. Okay, Foxy Girl. Vielleicht bekommst du irgendwann von mir so viele Bowbugs, dass du die Core-Blocks kaufen kannst. Ich schreibe mir den Namen. Könntest du mir den mal geben? Ja, warte. Ich schreibe den einfach mal auf. Foxy Unterstrich. Willst du den aufschreiben? Ja, ich mache es einfach. Ja, komm. Sehr gut. Dann kann ich hier weiter mit der Free-Camp rumfreen. Du darfst dann verlassen. Ich glaube, das ist hier auch alles von ihr, ne? Diese ganzen Props hier. Hoffentlich. Oh, die schreibt doch, ich liebe euch. Ey, wie süß kann man mit zu sein. Wir lieben dich auch. Guck mal. Zoe. Cooles Skin, cooles Gesicht. Oh, Mann. Oh, auf einmal ist es ganz, ganz leer hier. Ja. Aber. Okay. Dann gucken wir mal hier oben. Jetzt geht's los, Freunde. Welcher Brechtdachs ist hier oben? Hä? Ey, lol. Hier sind ein paar weggegangen auf jeden Fall. Aha, also ein paar kleine Cheater, oder was? Guckt euch das mal an, Freunde. Lol. Hä? Also hier waren auf jeden Fall eben zwei Stück. Auf dem Dach. Hier war auch jemand, Freunde. Ich habe es euch am Anfang hier gezeigt von da hinten. Dass hier jemand stand und der hat sich auf jeden Fall auch wegbewegt. Als sie gehört haben, dass du das gesagt hast, sind die natürlich direkt geflüchtet, ne? Ja, besser ist eigentlich. Aber als ob in diesem ganzen Haus nur... Okay. Ich habe die zweite Person. Ich stecke schon wieder fest. Aha, jetzt. Okay, mein Freund. Dann einmal deinen Namen, bitte. Aha, das ist sogar Katzeneis-Leni, oder? Bist du das? Wo bist denn du überhaupt? Ah, da bist du, Lahn. Im Garten. Katzeneis-Leni, okay. Die war auch schon öfter mal dabei. Mhm. Katzeneis-Leni. Aber wie ist die Freecamp von Mr. Freunde? Ich auch. Okay. Dankeschön, Katzeneis-Leni. Und du darfst jetzt verlassen. Und ihre Freunde möchte auch welche. Louis-Katzen-Keks schreibe ich mir auf. Oder natürlich geben wir euren Freunden auch gerne Bowbugs. Mhm. Also wenn ihr schon die Chance mal habt, hier reinzukommen, ähm, ja, dann nehmen wir den... Ne? Euren Freund mit. Ihr wisst Bescheid, Freunde. So, aber ist hier jetzt niemand mehr? Hier war auch... Hier, ihr habt das Mädchen eben gesehen. Die ist einfach wieder geflüchtet. Oh. So. Ciao. Und viel Glück beim nächsten Mal. Aber? Ich sehe hier einfach niemanden mehr. Hä? Voll komisch, Lams. Komisch, Freunde. Wo bist du jetzt? Ich bin hier noch bei Katzeneis-Leni, bis sie verlässt. Ah, ist sie? Irgendwie keine Lust zu verlassen. Hallo? Ah, jetzt. Okay. So, Freunde. Ah, du warst das da oben auf dem Dach. Dein Schuh habe ich gesehen. Ich wusste es. Leute, diesen Schuh habe ich direkt erkannt. Auch ein richtig süßer Skin. Ja, auf jeden Fall. Toll, schreibt sie. Ja, toll. He, he, he. Wärst du mal lieber da oben geblieben? Hm, das stimmt. Du hast dich hier einfach in der Ecke versteckt. Ist das dein Ernst? Oh mein Gott. Okay. Ah, sie hat auch schon mal Bobax bekommen von mir, glaube ich. Leo, Luna, Vio. Ja, doch. Da kann ich mich auch nochmal dran erinnern. Da war so ein Typ und hat mich verraten. Oha, der Verräter. Okay. Auf jeden Fall, Leo, Luna, Vio, 20. Danke. Und du darfst verlassen. So, ich trinke mal einen Schluck, Freunde. Äh, guten Durast. Meine Freundin wollte auch rein. Hat es aber nicht geschafft. Oh oh. Ich glaube, viele wollten rein. Aber danke, dass du da warst mit deinen so süßen Skin, Freunde. Das ist so süß. Und die ist hier einfach hier. Das ist ein Dürüm. Ja, ein Dürüm, Freunde. Ja. Okay. Wenn ihr keinen Döner essen wollt, dann esst einfach Dürüm. Nein, ein Pommedöner. Nein, Dürüm. Freunde. Vertraut mich. Nimmt einen Pommedöner, wenn ihr keinen Döner isst. Hm. Nom, 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 nom. Ich mach auch gleich essen. Ich freu mich voll. Freunde. Denn ich hab ein neues Küchengerät. Und das wollte ich schon unnummern lange. Und jetzt hab ich das. Und jetzt koch ich das erste Mal damit. Ich bin so aufgeregt, Freunde. Ja, ich bin mal gespannt, wie es gleich schmecken wird. Äh, richtig schlecht. Nein, nein, nein. Alles, was du kochst, ist immer gut. Hey, du süßkopf. Oha. Ah, ah, Ray sagt sogar, dass er Dürüm besser findet als Döner. Das ist frisch. Ja, ist geschmacksam. Was? Herr sagt Pommedöner ohne Soßen. Einfach Fleisch und Pommes mehr nicht. Was? Nein, Leute. Soßen muss man reintun. Hallo? Diese Cocktailsoße und Zerzicke. Hey, was ist denn mit dir los? Hallo? Nein, 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 nein. Nein. Hey, stehen geblieben. Stehen geblieben, mein kleiner Freund. So. Oha, hier sind voll viele Lambs. Guckt euch den an. Den kleinen Frechdachs. Einmal stehen bleiben, mein Pupsi. Ey, bleib stehen, Mann. Oder willst du etwa keine Bowbugs? Okay. Stimmt, der will einfach keine Bowbugs. Wer war das denn? Ja, wenn du nicht zu mir kommst, dann bekommst du keine Bowbugs. Ich glaube, das war Lamy und Emily. Eins, zwei, sechs. Ja, guck mal, wie der kommt. Er möchte noch Bowbugs. Ja, guck. Oh mein Gott. Guck, ich wusste es. Aha. Ey, hier heißt einfach jemand Bombastic Side-Eye. Ei, 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 okay. Was? Bombastischer Seitenblick. Peer sagt, Soße macht alles dreckig. Uff. Hä, kannst du nicht essen oder was? Ist so. Okay, Lamy und Emily, 26. Äh, 126. Aber. Ich hab den Namen. Danke und verlassen. Und das nächste Mal rennst du nicht von mir weg, ha? Mhm. So. Der braucht auf jeden Fall auch ein paar Bowbugs. Ey, Leute, sind wir mal ehrlich. Was hat der hier an? So ein Schal? Hallo, wir haben den Sommer. Du trägst hier keinen Schal im Sommer. Aber Lamy. Ich bin der Slummy Cape. Äh, da unten, wo du warst, da liegen auf jeden Fall noch zwei. Ja, ja, ja. Freunde, wir sind hier noch am Anfang. Oh. Wo bist du, Lars? Wie hier also? Ach, da bist du. Oh Mann, ey. Dachte sie wirklich, sie kann sich tarnen hier mit ihrem Teddybär-Kostüm? Oh, wie süß. Ey. Okay. A-Seist schlau. Moment mal. Sehr cool Name. Okay. A-Seist. Oder? A-Se. Ach so. A-Seist schlau. Mhm. Oh mein Gott, hast du A-Seist gelesen? Ja. Oh mein Gott, Freunde. Ich liebe euch. Ey, wir lieben dich auch. Ey, du süße Mausi. Ja. Bisschen cuter Skin. Du kannst gerne verlassen. Dankeschön, dass du dabei warst. Hier nochmal ein Bild. Kannst du im Stream screenshotten oder auch nicht? Oh. Warte. Lanz, du gehst jetzt sofort nochmal da drunter. Ja, okay. Oh. Geh mal runter hier. Warte. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Nein, du kommst jetzt. Da liegen zwei Leute. Okay, hallo? Hallo. Eins und zwei. Okay. Ja, ja. Okay, ihr beiden. Einmal bitte mitkommen. Du auch, der hier liegt. Lami, was? Komm mal mit nach draußen. Hier drin ist zu wenig Platz für uns. Und ich guck mal, ob hier alles safe bei mir ist. Was? Ey, die kann hier doch nicht einmal mit mir sein. Nein. Ey, das ist die von eben, Leute. Oh nein, und die verrät uns auch mit ihrer Hand hier. Sie schreibt No. Oh, doch. Ne, Freunde. Lami, wo bist du? Hier direkt an der Eingangstür. Ich brauche hier den Namen von ihr und ihr. Einmal eure Namen, bitte. Guck mal zur Tür, okay? Ja, mach ich. Lami, wenn du guckst. Ey, ich hab dich geguckt. Okay, wir müssen uns von der Leine entfernen. Sari unterstrich forever. Ihr habt gesehen, Freunde. Die hätte uns vielleicht verraten. Wir wollen es echt nicht riskieren. Guck jetzt mal ein bisschen. So, okay. Ich hab beide Namen aufgeschrieben. Hä, was hat die Finger? Alter. Stell dich lieber hin. Jetzt einfach so ein Gehirn als Kopf. Hä, zeig mal. Wir wollen auf jeden Fall auch ein paar neue Bowbacks. Islami-Cape. Jo, was ist denn das denn? Aber irgendwie auch cool. Aber irgendwie auch ein bisschen eklig. Okay, warte. Ich mach kurz ein Foto mit beiden. Aha. So, kommt mal raus dann. Die wollen nicht. Äh, das hier noch jemand. Ah, die ziehen aber direkt mit dir. Oha, sogar. Ne, eine Person war das. Ja, auch für die. Oha, für die cute Skin. Eileen ist so cool. Ongar. Ja, Freunde. Lami-Cape hat sie vergessen. Eileen ist so cool. Okay. Ich hoffe mal, ihr habt euer Foto. Eileen ist so cool. Deinen Namen hab ich jetzt auch. Sorry, hab ich vergessen. Lami-Cape. Nicht schlimm. Kannst du da beim nächsten Mal tragen. So, ihr könntet dann alle hier rausgehen einmal. Eure Namen hab ich alle. Foto. Ja, klar können wir noch ein Foto machen. Komm her. Ja. Oh, wir haben 333 Zuschauer. Freunde, das ist meine Glückszahl. Hi, hi, süß. So. Okay, ich hoffe, du hast dein Foto. Bye. Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt. Dankeschön. Bye. Bye, ja. Bye. 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 Bye, Bayern. Ciao. So. A dich kleines Mädchen auch noch. Tschüss und danke, dass ihr mitgemacht habt. Oha, da drin. Da hab ich grad eine Explosion gehört. Warte mal. Hier hat sich gerade einfach nur wegteleportiert. Aha. Ich hab mich schon gewundert, weil eigentlich... Hier ist gar keiner in der Lobby, der Eileen ist so cool heißt. Aha. Aha. Emily, du musst mal hier mit der Drohne mal ganz kurz in der Stadt gucken. Ich glaube, das Mädchen hat sich irgendwo gerade hinteleportiert. Ja, aber leider nicht wo. Ey, du musst rausgehen, sonst kriegst du keine Bobaks. Ganz genau. Eileen, bitte komplett raus. Sonst bekommst du keine Bubuks. Wo bist du, Lambs? Ich bin hier wieder drin im Haus. Oh. Da bist du. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Ja, ja. Warte mal ab, Emily. Oh, nein. Ich bin hier auch noch. Oh, ich glaube... Warte, kannst du nochmal gehen? Nein. Ich glaube, das Versteck ist voll dumm. Nein. Nein, Lamy, bitte geh nochmal. Lamy, bitte. Kannst du nochmal gehen? Lamy, geh! Emily, wo bist du? Lamy, nein, wirklich, kannst du ganz kurz gehen? Eine Sekunde. Bitte. Nein. Bitte. Nein, gar nicht. Lamy, geh mal kurz. Warte, geh mal kurz. Ich spann dich. Lamy! Lamy, geh! Hey, wo bist du? Warte, geh mal kurz. Nein. Lamy! Gefunden. Hab dich. Ey, warte, okay. Aber du hast gesagt, wenn du mich findest, darf ich mich nochmal verschicken. Also geh mal kurz raus. Nee, ich geh jetzt nach oben. Okay, okay. Aber du darfst jetzt nicht gucken, okay? Ja, ich guck nicht. Ey, Freunde, der guckt sowas von. Der hat sowas von geguckt. Ich hab nicht geguckt. Ey, so wie du gerade auch lächelst. Ey, du hast, du hast geguckt. Oh mein Gott. Lamy, du bist so frech. Ich freu dich nicht. Oh mein Gott. Ja, ich bin auch schon versteckt. Wie, du guckst nicht. Ich seh doch, wie du da auf dem Glas stehst. Ey, Freunde, das war so klar. Ist Asmin immer noch drin? Asmin? Wir müssen mal kurz Asmin schreiben, Freunde. Aha. Lavinaldo, oder was? Gefunden, mein Freund. Sonst. Keine. Stimmt. Asmin, bitte einmal rausgehen. Warte, du darfst jetzt nicht gucken, weil ich hab geschrieben. Bleib du bitte mal da oben. Ja. Wo bist du? Oh mein Gott, wo bist du? Mein Gott. Wo bist du? Mann, Lamy, sei leise. Ja, okay. Ey, wo bist du, Lams? Bei der Küche. Ah, Bombasic Side Eye. Bombasischer Seitenblick. Okay, sie ist jetzt raus, die Asmin. Okay, das ist aber nicht dein Name. Das ist nur dein Anzeigename. Dein Benutzername steht hier ganz unten. Dankeschön, Asmin. Y, 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 2, 1, 0, 7, 1, 5. Das ist dein wichtiger Name. Okay. Dankeschön. Und verlassen, mein Freund. Und dieses T-Shirt hier, das du trägst, das kommt auch bald in meinem Roblox Shop. Mit der Hose. Du bist voll gemein? Hä? Warum bin ich gemein? Wer hat das geschrieben? Ähm... In deinem Chat oder hier? Samantha. Und die hat sogar ein Lamy-Profilbild. Warum bin ich denn gemein? Oha, okay, Samantha. Berät die uns? Nee. Ey, ohne Witzfreunde. Ich wollte eben nur... Ey, ich raste aus. Egal, ich hab... Egal. 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 Anna Krause schreibt, ich hab das Lamy-Cape immer an und mache immer Werbung für dich und Emily. Oh mein Gott, das ist so, so süß. Anna, weißt du was? Du bekommst dafür ein paar Bowbugs. Ich schreib mir mal deinen Namen auf. So. Okay, hier. Mein kleiner Freund. Kannst du auch Mega-Blockbuster? Okay, schreib ich mir auf. Mega-Blockbuster. Wenn es den Namen gibt, also den Account, dann bekommt er auch. So. Du darfst einmal rausgehen. Bye. Danke, dass du mitgemacht... Aha. Hier oben ist auf jeden Fall auch jemand. Ey, Freunde, bitte nicht mehr bombardieren hier. Halt, du bombardiert weiter. Bombastisieren? Bombastischer Seitenblick. Krimineller. Offensiver. Ey, nicht schreiben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und nicht bomben. Oh mein Gott. Lamy, wo bist du? Oben. Darf ich kurz was schreiben? Nö. Doch. Ich bin das nicht. Siehst du das nicht mal? Hä? Dann ist irgendwer... Hier irgendwo... Hä? Ich weiß noch ganz genau, wo ihr euch versteckt. Wo denn? Ganz genau weiß ich das. Bier? Nein, sie hat geschrieben. Lamy. Bleib da, wo du bist. Okay, bleib. Oh mein Gott. Da ist schon wieder Bananinaldo. Nicht schreiben. Nicht schreiben. Wir kommunizieren mit Gedanken gelesen. Nicht schreiben. Voll gut. Wo bist du gelandet? Ich bin gerade hier unten. Bei Bananinaldo. Okay, bye. Ciao Bananinaldo. Wo denn? Ja. Wenn du das nur wüsstest. Sehr, sehr soos. Kannst du bitte nicht so laut schreien? Ich habe vier Tage Ohrenschmerzen. Also bitte. Ey, es tut mir voll leid. Ohne Witz. Oh mein Gott, hier wachsen Bananen. Nein, habe ich gerade auch gesehen. Bananen. Dann stellt mich ein bisschen leiser oder so. Ja, Alarms. Wo bin ich denn jetzt, hä? Ja, keine Ahnung. Wie viel fehlen eigentlich noch? Oh, eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf, okay. Hey, er hat es gerade geknallt. Hast du auch gesehen? Nö. Achso, nee. Ich bin im Kühlschrank. Oh mein Gott. Ich habe jemanden. Lul. Okay, das ist sie die ganze Zeit hier so rumbombardiert. Äh. Emily. Was? Was? Emily La. Oh mein Gott. Toll. Ich muss nochmal neu rein. Emily Lamy D.C.A.C.C. Ich komme, ich komme, ich komme. Moment. Hm. Was? Ich habe mir einen Nagel reingehauen in den Rücken. Wie geht das denn? Hey. Ich habe dich schon gefunden, ja? Nein. Ich bin schon wieder hier draußen. Hey, Mann. Wie geht das? Gute Besserung. Emily, hast du den 100.000 Abonnenten-Play-Button? Ja, Freunde. Der steht hier nur blöd rum. Aber ich möchte den auch irgendwann mal an die Wand stehen. Aha. Hä? Hä? Hängen. Warte mal, warum sind die zwei? Hä? Okay. Keine Ahnung. Kommen wir beide hier nach unten. Hä? Achso, die waren beide da unten. Aha. Oh, wenn die wüssten, dass du die gar nicht gefunden hast. Okay. Also, Emily, Lamy, D-A-C-C. Und dann noch einmal... Wo sind eigentlich meine Moderatoren? So. Okay, Freunde. Ich habe eure Namen. Ihr könnt auch ein Foto machen oder verlassen. Hä? Hä? Freunde? Ja. Freunde. Frohe Weihnachten. Danke. Ah, hier sind meine Moderatoren. Ja. Was machst du, Lams? Ein Foto. Ich dachte schon, du wirst mich wieder erschrecken. Hä? Nein. Ich mache nur kurz hier ein Foto. Ja, nee. Mach das nie wieder. So. Ihr könnt jetzt verlassen. Danke. Ich liebe euch so sehr. Wir lieben euch mehr. Das ist so süß. Wo hast du noch? Eins, zwei, drei. Und eine Person ist noch bei mir. Lams. Hier, Freunde. Ihr seht es. Sind hier zwei. Nee, ne? Ich sehe hier nur vier Füße. Aber ich weiß nicht, wo die letzte Person ist. Vielleicht hier irgendwo um den Büch. Oh. Leute, ich habe den Tresor gefunden. So. Okay. Drei Leute noch. Let's go, Freunde. Drei Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zwei Stück. Oh mein Gott. Ich habe euch beide gefunden. Hallo. Oh mein Gott. Du versteckst dich einfach in ihrem Versteck. Lami, sie war mein Versteck. Ja. Dein Ernst? Dein Ernst? Also, weil Lami, wie das jetzt so gemein ist und mir Sachen unterstellt. Freunde, ihr wusstet, sie war mein Versteck. Ist ja nicht schlimm. Aber sie hat mich fast verraten. Deswegen bin ich rüber. Und dann musste ich wieder rüber wegen Lams. Und deswegen ja. Aber sie war mein Verstecklamm. Guck, sagt sie selber. Ist ja gut. Okay. Das heißt, nur noch einer fehlt. Ja. Und zwar. Oh mein Gott. Dieser Sidney. Und das ist einfach Lay. Hä? Okay, ich habe deinen Namen aufgeschrieben. Danke. Du hast verlassen. Freunde. Das war doch sie oder er oder er oder sie. Die, die ich hier eben irgendwo sitzen gesehen habe, oder? Die war doch safe in diesem Haus, oder? Ja. Also in dem anderen Haus, dem krummen, schiefen Haus. Ja. Und eigentlich sogar, das kann ich dir jetzt mal verraten, saß sie irgendwo am Haus auf und da. Aber. Ja. Dann hat sie sich wieder umversteckt. Hä? Habe ich da gerade was gesehen? Nee, ne? Und Freunde, ich werde die jetzt auf jeden Fall finden. Mal schauen. Lamy? Ja? Ja. Okay. Ich habe immer Angst, dass du mich jetzt anpupst. Ja, ja. Okay. Ich würde sagen, die letzte Person, die hier gerade ist auf dem Server, schreib mal einen Tipp. Bist du hier in diesem schiefen Haus oder im Gartenhaus? Nur bitte das reinschreiben. Ich gucke auch extra weg. Mhm. Ich gucke jetzt auch mal. Jetzt bin ich mal gespannt, Freunde. Bin im schiefen Haus. Okay, wusste ich es doch. Sehen wir irgendwo seine Nachricht? Hm. Freunde? Oh mein Gott! Was ist das? Nein! Nie im Leben. Wegen seiner Nachricht? Nie im Leben. Hä? Was denn? Lol. Oh mein Gott. Wenn du wüsstest, wo der versteckt war. Dann sag es mir doch. Einfach im Rasenmäher. Oh mein Gott. Hä? Wie gut war das denn? Was? Wo ist denn hier ein Rasenmäher? Hier im Gartenhaus. Oh mein Gott. Ey, Freunde, ich muss schon wieder auf Klo. Alter, wie schlau. Okay, Freunde. Ich gehe mal eben auf Klo, solange die zwei hier. Und ich mache jetzt mein Mikro aus. Das heißt, ich kann nicht pupsen. Boah, habt ihr das gehört, Leute? Abby hat gerade gepupst. Meinem richtigen. Habe gestern RP gemacht. Okay. Lay. Na gut. Lay. Wie? War nochmal die Zahlen? Lay. 0, 2. 1, 1, 0, 2. Oder so? Okay. Okay. 0, 2. 11, 12. Okay. Dann hast du damit diese Runde hide and seek gewonnen, Lay. Sehr, sehr, sehr cool. Boah. Emily, man hat gehört, dass du gepupst hast. Freunde. So schlecht. Wirklich. Pupsi, man hört dich. Freunde. Nein. Nein. Pupsi schreibt, Sui. Hey, die hat Döner in der Hand. Gib mir auch Döner. Na los. Lams. Wir wollen alle, dass wir jetzt Dors spielen. So, jetzt habe ich meinen Döner. Jetzt können wir Dors spielen. Aber ich muss erstmal, Freunde. Ja. An die Gewinner natürlich. Also an die ganzen Teilnehmer. Die Bowbugs verlosen, Freunde. Das machen wir mal ganz, 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 ganz schnell. Emily, du kannst schon mal einen Dors-Server machen, okay? Wird gerade gemacht. Und danach spielen wir Murder Mystery 2 und öffnen wieder ein paar Cases. Also ein paar Truhen öffnen wir. Und wir hoffen mal, dass wir diesmal heute ein paar gute Waffen bekommen. Murder Mystery. Bitteschön, Lams. Man hat dich pupsen gehört. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ist Klärchen. Kann man sich hier eigentlich so alles kaufen? So. Leute, ich muss ganz kurz die ganzen Namen hier reinkopieren. Die ich aufgeschrieben habe. Alle Teilnehmer bekommen jetzt erstmal ihre Bowbugs. Ah, Wiederbelebung. Fünfmal Wiederbelebung. Zum Preis von vier. Freunde, kaufen wir, oder? Ja, das ist du auf jeden Fall nötig. Und oh, oh. Lamy und Emily, eins, zwei, sechs. Ist noch nicht lang genug in der Gruppe. Ich würde sagen, ich schreibe mir den Namen mal auf. Ähm. Lams, beeil dich. Okay, Moment mal, Freunde. Ich mache mir jetzt eine Robux-Liste. Für Leute, die nicht lang genug in der Gruppe sind. So. Ja, Leute, ihr kriegt gleich den Link. Ihr seht, ich muss genauso warten wie ihr. Ach, ja. Ey. So, Bowbugs-Liste. Okay, Freunde, es geht weiter. Hier mit Ase ist schlau. Sehr gut. Sie ist in der Gruppe. Sorry forever. Sie ist in der Gruppe. Lene. Hab weit gebrochen. Ey, gute Besserung. Oh Mann, ey. Gute Besserung. Oh Mann, ey. Bruch. Ein Knochenbruch ist so ätzend. Also, ich hatte das zum Glück noch nie. Oh, oh, sie ist auch noch neu. Aber, Freunde, das wünscht man echt niemandem. Das ist... Äh, ich bin froh, dass ich das noch nicht hatte, weil sich das so eklig anhört, wenn so eine... Eklig. Wie lange brauchst du noch, Lars? Ich bin jetzt hier bei der Hälfte von der Liste. Boah, bei der Hälfte? Was machen wir so lange, Freunde? Emily, ich liebe deine Videos. Danke. Ich hab Geburtstag. Mega Blockbuster. Alles Gute zum Geburtstag, Heiko. Alles Gute. Heiko, Meiko. Okay, Freunde, wir müssen jetzt kurz chillen. Legt euch alle kurz zurück. Geht auf Klo, wenn ihr müsst. Holt euch was zu snacken. Jetzt geht Durst los. Und, Freunde, 796 Likes. Macht mal die 1.000 voll, oder? Hä? Das wär cool. Warte mal. Ja? Den Account gibt's anscheinend nicht. Emily Lamy, D-A-C-C. Oh, oh. Vielleicht so? Äh, nein, hab ich etwa einen Namen falsch geschrieben? Uzi, bist du grad hier im Stream dabei oder so? Kannst du mir herausfinden, wie diese Person hier heißt? Die Person habe ich doch nach Bananinaldo gefunden. Ey, Lams, ich stehe hier echt doof Rat in der Doors Lobby. Könntest du dich ein bisschen beeilen? Ja, was mach ich denn gerade? Oh mein Gott, Emily, du bist wieder so frech, ne? Mach das danach! Ne, Freunde? Wir müssen mal ein Machtwort immer mit Lams reden. Lamy, mach mir ein Bananenbrot. Egal, ob es gerade ist oder krumm. Lamy, mach mir ein Bananenbrot. Ich hab wirklich Hunger, also mach mal ein bisschen schneller. Lay, die Gewinnerin, bekommt 1111 Baubats. Ey, Leute, ich hab einfach LTE an! Alter. Der Rest bekommt 333. So, verteilen. Viel Spaß mit den Bubuks. Und jetzt spielen wir Doors, ne? Hä? Was mit A-A's Gesicht, Freunde? Mach mal ein bisschen Dalli, denn mir grottet um den Ha... Lamy, mach mir ein Bananenbrot. Ich hab ein bisschen Hunger und ich ess gleich den Bubu. Lamy, mach... Okay, ne, mach das nicht. Aber Lamy, mach mir ein Bananenbrot. Was geht hier ab, Mann? Ich stehe gleich bei der Pizza drinnen. Leute, ihr kriegt gleich den Link. Oha, ja, okay. Gib mir den Namen bitte. Lamy, schnell! Ganz, ganz schnell, Lamy! Oh, nur Momento, Freunde. Wir warten kurz auf den Stinkigen Lars. Leute, so sieht eine Lamy-Salamy-Pizza aus. Okay. Okay, I am Lamy-Las-Cutie. So, okay, ist aufgeschrieben. Dann gehen wir jetzt mal in den Dwarfs-Server. Let's go! Aber spielen wir Hardcore oder normal? Hm. Hm. Das ist jetzt die Frage, ne? Das ist die Frage der Frage, Freunde. Das ist die Frage, die Frage, die wir gefragt haben, ob es die Frage ist. Frage, 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 Frage. Hey. Hallo? Hallo? Oh, mein Vater ruft mich gerade FaceTime an. Hey, was? Los? Ja, hallo, Papa. Siehst du nicht, dass ich live bin? Nee. Oh, jetzt hat der aufgelegt. Okay. Oha, es schreiben voll viele normal rein. Warte mal, ich mach mal ne Umfrage, okay? Was tun? Hard oder normal? Wie sieht denn A-A-Ray aus? Hab ich auch schon gefragt. Er sieht irgendwie ein neues Gesicht. Die Patrick ist da. Da schreibt der Hard. Hard? Leute, sollen wir Hardcore-Modus? Okay. Okay, ich schwank gerade. Aha. Hä, das ist von Vitamine? Hat der ein neues? Ja, der hat wahrscheinlich ein neues Gesicht. Okay, es ist 70% für normal. Okay, also nur normal, Freunde. Seid ihr etwa so schlecht, oder was? Ich schicke jetzt auch mal den Link rein, Lanz. Oha. Und reingeschickt, und reingeschickt, und reingeschickt. Jetzt kriegt ihr nur mein, mein, mein. Leute, ihr bekommt den Link natürlich bei mir auch im Chat. Okay, es ist normal geworden, Lanz. Okay. Okay. Ihr habt zu sehr Angst vor, Hard. Hm? Freunde? Okay, Freunde, der Server ist damit auch schon voll, oder? Ja. Ja, Leute. Ah, ja. So. Okay. Freunde, der Server ist voll. Tut mir leid an alle, die leider nicht reingekommen sind. Ich würde sagen, Emily, wir gehen direkt in die erste Tür links. Erste Tür links. Hi. Hi, 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 hi. Oh, ich habe eben die Asmin gesehen. Die war wieder da, und die hatte einen kompletten Lamy-Skin. Ja, habe ich auch gesehen. Freunde. 820 Likes. Ihr wisst, was fehlt. Wie viel fehlt noch? Oh, 80, 180, 180. So, einmal Musik aus Lahms und die Dorf-Musik anmachen. Jetzt geht's richtig los, Freunde. So, wir machen auch drei. Hey, was trinkst du? Äh, Proteinshake. Iiii. Okay. Hey, für die Muckis. Iiii. Okay, will ich nicht. Wir sind alles hier so am Start. Aha, aha, aha. Okay. So, ich mache auch mal die Musik hier an. Ich habe einfach keine Fahrstuhlmusik mehr. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Hab ich ausgestellt, Freunde? Miau, 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 miau. Ah. Miau, 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 miau. Oh, direkt Batterie gefunden. Let's go, Suey. Hast du die gebraucht? Ja. Sehr gut. Weil ich habe keine Batterie. Eine Taschenlampe. Wie heißt das nochmal? Ja, Dankeschön. Freunde, schaffen wir Dorf. Ich würde sagen, dass wieder die, die es mit uns schaffen, ab bis zu Tür 80, oder? Äh, 100. 100? Ja. Hä? Also 100. Ja, hallo, das ist kein Hardcore-Modus. Und sonst kriegt niemand Bowbugs? Ja, nur die Leute, die es bis zum Ende mit uns schaffen, bekommen 1.000 Bowbugs. Was, Freunde? Also ihr habt das hier hoffentlich alle gehört. Ich schreibe das mal. Äh, wer mit zu 100, äh, du? Hä? Tür 100 kommt, der bekommt 1.000 Bowbugs. Warte. 100 kommt, bekommt, 1.000 Bowbugs. Zack. So. Freuen wir mal. Oh. Hey. Upsi. Ich habe irgendwie wieder meine Tastatur auf Erdschub gestellt oder so. Oh mein Gott. Ey, hier ist noch eine Batterie lahmst. Gib mal her. Hier, letzte Schublade. Okay, perfekt. Hast du? Ich weiß nicht, ob ich die habe. Was hat das für ein T-Shirt hier? Die liegt da noch lahmst. Komm mal her. Ah, danke schön. Oh mein Gott. Es leckt. Lami klaut. Okay, Leute, aber noch nicht loslaufen, wenn die Tür offen ist. Noch nicht laufen. Noch nicht laufen. Ey, ihr Frechdachse. Wartet immer auf die Person, die den Hebel drückt. Okay, wir können, glaube ich, weiter. Da läuft schon jemand komplett durch bis zum Hin... Oh mein Gott. Bis zum Ende. Egal. Der macht das hier schon mal. Sehr gut. Das Bild nehme ich mal mit. So. So. Ruhig. Oh, nee. Ja. Uh. Sehr gut, Freunde. Sehr, sehr gut. Guti, 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 guti. Aber gerade ist es echt nur ruhig, ne? Ey, ich kann nichts sehen mit dem Schild. Okay, jetzt. Ja, noch ist es ruhig. Ist ja auch der Easy-Modus. Ey, Leute, vielleicht schaffen wir sogar in diesem Stream die 2000 Likes. Wer weiß. Liked mal alle den Stream. Wer weiß. Habt ihr gehört? Oh mein Gott. Warum jetzt nicht in den Schrank, ey? Oh mein Gott. Leute, wer hat hier einfach weitergelaufen? Ey, hä? Ich sehe gar nicht, Lambs. Ihr könnt auf jeden Fall weiterlaufen. Okay, hier geht's weiter. Aha. Hier seid ihr, ja? Warum sind die nicht in den Schrank gegangen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Alle den Stream liken. Wir müssen 2K Likes schaffen. Go, Leute. Genau, Freunde. Leute, haut mal alle auf den Like-Button drauf. Nicht nur bei mir, sondern auch bei Emily. Emily, hast du schon die 1000 Likes? Nein. Ich hab gerade mal 850. Leute, macht mal bei Emily 1000 Likes voll. Freunde. Wir schaffen das. Jo, wir schaffen das. So, ey. Ey, hier ist ein Feuerzeug. Ey, hier ist eine Batterie wieder. Oh, du hast auch schon ein Feuerzeug. So, ich bin schon bei Tür 23. Und du? Ich bin hinter dir, Mann. Wo soll ich sein? Ah, lol. Oh, hier ist wieder eine Batterie. Psst. Oh, hat's gar... Das warst du, oder? Hey. Das war mega schlecht. Hä? Warum fällst du denn darauf rein, wenn es so schlecht war? Hä? 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 Ey, Leute, ich glaube, es hat geflackert, ne? Ja, ab ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich war mir nicht sicher, ob jemand den Schrank hier braucht bei mir. Deswegen habe ich so lange gewartet. Das war echt knappe... Eine knappe Tüste. Lieber gebe ich... Lieber gebe ich einen Schrank ab und sterb. Sorry, du süße Maus. Ey, mach kein Auge. Hey, finde ich keine coolen Sachen. Da gibt's ja auch der... Hey, Mann, ich nehme Emily gar nicht Foto. Wer war das? Wer? Oh, oh, Leute, wir müssen jetzt laufen. Echt jetzt? Oh mein Gott, ich bin noch ganz woanders. Ey, ey, was macht der? Joey! Guck mal, jetzt guck mal zu, wie ein... Hier. Hey! So, nach links gucken, aber nach rechts laufen, Freunde. Guck nochmal. Guck, ihr guckt nach links, aber lauft nach rechts. Weil wenn hier die Tür ist, dann lauft sie direkt auf uns los. Wenn die da nicht ist, lauft ihr einfach gerade auf. Alter, du Profi. Ja, danke, ey. Ich will nur unsere Freunde hier auch zu Profis machen. Sehr gut. Okay, sogar der Noobskin ist hier noch am Start. Ey, was geht auf Woll? Was geht auf Zoe? Ich? Nein, nicht du. Hier der Noobie. Das Bacon Girl. Ja, weiter geht's auch schon. Warten hier nicht, Freunde. Einfach, schreibt er. Oh, es hat geplackert, ne? Ja, hier sind genug Schränke. Okay, Freunde. Jetzt hört hin. Hört hin. Und jetzt in dem Schrank. Hat die Wörter immer gut. Und dann macht der irgendwann so. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Er geht schon wieder schwimmen. Nein! Oh. Ist er nicht? Er hat schon mal. Ey, ich glaube, er hat schon mal bei uns Dors mitgespielt. Und als er gestorben ist, war er schon mal am Schwimmen. Ich glaube, ich habe einen Déjà-vu. Déjà-vu? Oh mein Gott! Hä? Was denn? Oh mein Gott, Junge. Was denn? Ja, Screed hat mich fast geküsst. Wow. Geküsst? Ja, der war schon fast in meinem Bildschirm drinnen. Los. Okay. Freunde. Freunde, Freunde, Freunde. Jetzt haben wir dem Guten hier alle Sachen geklaut. Äh, Assi. Sorry. Aber ich musste. Oh, es geht schon alle weiter? Hä? Wie weiter? Ja, ey Lambs. Kannst du mich grüßen? Heißt du Daniel? Was geht ab, Daniel? Was geht? Ey, ich will auch jemanden grüßen. Okay, warte. Leute, werdet von Emily gegrüßt werden? Hihi. 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 Ich? Oh ja, Sari, ich grüße dich. Und dann, GHG, ich grüße dich auch. Und Mina, ich grüße und küsse dich. Oh, alle schreiben gerade bei mir in den Chat. Ich. Ich, ich, ich. Oh, ich grüße alle. Oh, ich grüße ich. Hehehe. Ja, bei mir schreiben auch viele ich. Ähm. Lamy, wo bist du eigentlich? Hey, ich laufe jetzt gerade zu euch. Loris, ich grüße dich. Hü, Eis. Aua. Wir sind jetzt gleich bei Dings. Ey, du läufst einfach in die andere Richtung. Bei, äh, Squish, äh, Figa sind wir. Lam. Okay, let's go. Oh, Squish, muss das sein. So, ich geh mal, äh, schon vor. Und dann werdet ihr, äh, ja. Kennst du mich eigentlich? Klaro, Karo. So. Okay, ich vertraue euch. Ihr schafft das schon, ne? Und was machst du? Ich trinke erst mal. Hehehe. Du bist ja entspannt. Mua. Hehehe. Hä, wen hast du gerade geküsst? Nicht mich, Lamy. Wen küsst du? Keine Ahnung, wen ich geküsst hab. Dein Ernst? Ist es deine Ernst? Ist es deine Ernst? Ehe. 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 So. Hat jemand den Zettel? Nö, aber ich geh den mal holen. Oh, irgendwer hat den. Ehe. 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 Hat jemand den Zettel? Nö, aber ich geh den mal holen. Also sieben. Sieben. Dann Kreis. Also neun. Neun. Äh, dann Dreieck. Also zwei. Zwei. Dann null. Oh. Ja. Dann neun. Okay, seid ihr alle da? Ja, mach auf. Tschau. Tschau, Fieger. Alle sind da. Irgendwie sind wir voll wenig. Okay, der sich stimmt weiter. Oh je. Was geht auf? Oh je. I miss her, man. Oh nein, der vermisst seine Freundin. So. Ich geh weiter nach. Oh je. Oh, warte mal. Hm. Oha, warum so teuer? 500. Ich kann mir nur das hier leisten. Du kannst richtig gut tanzen. Hey, hey. Besser als Lamy. Oha. Wer hat das gerade geschrieben? Äh, Lola. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hast fast 1000 Likes. Yeah. Mir wurde einfach in den Po getreten, weil ihr schon losgelaufen seid. Upsi. Psst. Psst. Selber. Was? Was? Oh, ich konnte es gerade sehen. Nein, nein, nicht die Tür, nicht die Tür, nicht die Tür. Ja, die schreit schon. Oh mein Gott. Ich dachte, das Bacon Girl läuft eiskalt rein. Oh mein Gott. Da ist jemand reingelaufen. Oh mein Gott. Nein. Ich glaube, er ist tot, oder? Ah ne, er ist auch nicht tot. Ja. Sui. Mein Freund. Das war sogar ein Lamy, oder? Ja, den ich geküsst habe. Echt? Jut. Ey, Freunde, sorry, wenn ich so schreie. Hä? Aber... Da muss ich hin? Sieben Tage lang kein Livestream. Ähm, ja. Da muss ich mal ein bisschen rumschreien. Ist das schon offen? Äh, ne. Hm. Hm, Freunde. Hm. Dann schauen wir mal. Ah, ich dachte, es wäre Sachen. Lams, warum bist du so ruhig? Ich suche den Hebel. Hm. Ach so. Ich glaube... Ah, hier. Habt ihr den? Ja, hab ihn. Let's go. So, Freunde. Ich guck mal wieder in den Chat. Hallo, was geht? So, bei welcher Tür sind wir? 62. Okay, Freunde. Wir wissen, wer zu Tür 100 mitkommt. So kommt Bubux. Versteckt euch jetzt. Ey. Oh mein Gott. Das Bacon Girl ist so frech. Hat sich einfach neben einen Schrank gestellt. Oha. Fresh. Ja, 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 ja. 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 Hey, lass das Bild da. Ja. So, weiter geht's. Weiter geht's. Er hat es trotzdem mitgenommen. Lami, ich hab morgen Geburtstag, schreibt Bella. Bella, man darf auf jeden Fall nix im Vorhinein wünschen, oder? Grüßen, ja. Ja. Wünschen. Lami, spielen wir danach noch Murder Mystery, weil wir haben jetzt schon, ja, zwei Stunden 30 sind wir am Stream. Und ich hab... Ja, eine kleine Runde. Dors, äh, Dors. Murder Mystery können wir noch spielen. Ich hab es noch nie geschafft, schreibt die. Oh mein Gott. Dann wird's jetzt ein erstes Mal, Bacon Girl. Dann stirb aber auch jetzt nicht. Wie heißt sie? Hat's geflackert? Sorry, forever. Okay. Ich hab ihr auf jeden Fall Bowbugs vorhin geschickt gehabt. Die hat ja auch bei, äh, Hide and Seek mitgemacht. Das heißt, wenn sie stirbt, dann kann sie sich auf jeden Fall noch revisen, wenn sie doch nicht schon gestorben ist. Hat's grad geflackert? Ja, aber das ist nur wegen sie. Glaube ich. Oh oh. Oh mein Gott, der kommt, der kommt. Oh mein Gott. Oh, das haben wir zu Recht nicht geschafft. Nein. Nein. Oh mein Gott. Sorry. Nein. Äh, die hat einfach die Beine überkreuzt. Tschüss, die macht Shuffle Dance. Die musste bestimmt ein bisschen pipi. Äh, das stimmt. Aber kann sie sich nicht wieder weisen? Ich hab ihr auf jeden Fall eigentlich Bowbugs geschickt, aber... Vielleicht müsst ihr die auch nicht dafür ausgeben. Ja, aber vielleicht... ...hatte die sich schon revived. Wer weiß. Ah, nee, der ist sie. Let's go. Aber pass auf. Ah, nee. Okay. Nee, nee, es sind nur Augen. Okay. Kannst du mich grüßen? Heißt du Delia? Delia, ich grüße dich. Und Maya dich auch. Dann nach Gartiphone. Freunde, wir können ja mal wieder zum Beispiel mit Mario oder das nächste Mal auch mit A-A-Ray. Ah, das ist ein Screech. Da mit Gartiphone spielen, weil wenn wir mehr Sinn macht, ist das halt cooler einfach. Ja, genau. Eine dicke YouTuber-Runde Gartiphone. Gerne, gerne, gerne. Ja, abgemacht. Ey, Lola, du süße Maus. Okay, übrigens, Leute. Warte, noch 100 Likes. Und dann haben wir auch schon die 2000 Likes im Stream erreicht. Ey, Freunde, bei mir fehlen noch 64. Let's go. Also, Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Liked alle den Stream. Sweet. Oh, mein Gott. Seht ihr, wie schlau ich laufe, Freunde? Ey, wirklich. Ich bin sogar das erste Mal. Freunde. Ich glaube, es hat geflackert. Nein, jetzt doch nicht. Jetzt aber. Oh. Ah, du läufst ja schon vor. Oh, mein Gott. Okay, Leute. Das kam unerwartet. Äh, du läufst ja schon vor. Äh, du läufst ja schon vor. Aha. Vor mir läuft einfach ein Feuerzeug. Ja, bei mir auch. Ich öffne hier die, äh, Schubladen. Siehst du das? Ja, warte. Ich mach dir gleich auch eine auf. Oh. Äh, lass die Schubladen hier zu. Hey. Wo hat jemand zu hier? Oh, da ist Geld drinne. Oh, oh. Aha. Oh, oh. Oh, oh. Er schafft, Freunde. Oh, oh. Zwei haben es aber nicht geschafft. Oh. Was? Zari. Zari hat es nicht geschafft. Nein. Oh, der andere Lami auch nicht. Oh, mein Gott. Was? Nein. Rip. Manu. Freunde. Oh, toll. Er ist der Einzige, der es geschafft hat. Aber das musst du jetzt auch bis zum Ende schaffen. Das ist der Daniel GHG hier. Echt? Ja. Okay. Oh nein. Rip auf jeden Fall an den Ein Lami und an Zari. Leute, schreibt alle Rip in den Chat. Jetzt bin ich gespannt, ob, ja, wie weit er mit uns kommt. Ja, bis zum Ende. Auf easy peasy Modus. Oh. Eis. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Bist du tot? Ja. Oh mein Gott, nein, nicht dein Ernst. Du kannst dich auch nicht mehr wiederbeleben, oder? Nein, glaube nicht. Oh nein, Emily, das kann doch nicht sein. Ey, Freunde, ich bin, glaube ich, ein bisschen zu spät. Oder war der Schrank voll? Ich habe eigentlich direkt eh gedrückt. Nicht so schlimm, Freunde. Äh, ja. Egal. Dann schreibt jetzt noch Rip für Emily in den Chat. Ich überlege gerade, Lami, soll ich schon Essen jetzt machen? Wenn du willst. Ja, also ich habe auch noch mal Hunger. Er kommt. Ja, dann ist er das Gefühl. Freunde. Ihr wollt noch mal der Mystery? Er kommt noch mal. Ja. Äh, ich kann meine Cam nicht bewegen. Super. Freunde. Ja, Emily. Ich glaube, ich koche dann jetzt. Okay, Emily. Ich habe nämlich unnormal Hunger. Ja. Also, Freunde. Oder sollen wir noch kurz warten? Ich habe auch so Hunger. Und ich kann nicht die Cam drehen. Seht ihr das? Obwohl, nein. Emily, du musst eigentlich dabei sein, weil du bist selber schuld, dass du Hunger hast. Ohne Witz. Okay. Du weißt, ich habe alle selber schuld. Dann mach das mal ganz schnell hier zu Ende. Ja, okay. Freunde, tut mir leid. Wir gucken jetzt alle Lami nur gegen den Kopf irgendwie. Na, na. Beziehungsweise nicht mal Lami, sondern den guten Daniel. Hm. Ja, okay. Wir gucken mal Lami zu. Okay. Okay. Boah, ich habe immer so Hunger. Hey, der geht auch links lang. Hehe. Da war eine. Ah. Ah, jetzt kann ich bewegen. Okay, Freunde. Lami. Lami, du musst ganz in den Raum rein. Der kann nämlich auch in den Raum rein. Ganz durch. Ja, easy peasy. Boah. Du machst mir einen Herzinfarkt. Mach dir mal keinen Kopf, ey. He. Ich habe heute Geburtstag. Ey, dann alles Gute zum Geburtstag. Vor dir auf dem Boden lahmst. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Warte, warte, warte. Hier, ich habe eine Kerze. Oh, die ist aus. Ja, weil da das Monster ist. Happy Birthday to you. To you. Das war schön. Ja. Das war ein Lied für alle, die Geburtstag haben heute. Ey, Emily, du bist so eine süße Maus. Ey, Lola, du bist so eine süße Maus. Ohne Witz. Lami, sag mal Lola. Lola. Nein, sag mal auf die Lami Lola. Ja, nö, extra nicht. Ey, weil Freunde, wir gucken immer eine Serie und da ist die Moderatorin, die heißt auch Lola. Und Lami sagt dann immer so. Lola. 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 So, sagt er. Lola. Ey. Die lieben Lola. Ja. Grüße an alle Lolas. Hä, wie viel fehlt uns eigentlich noch? Weiß nie. Äh, vielleicht ist oben ja ein Klam. Oh, stimmt. Auf. Was ist dein Lieblingsmonster? Fäger. Emily, du bist so eine süße Erdbeere. Du und Lami seid ein Traumpaar. Dankeschön, Freunde. Danke, Söhn. Oh. Aha. Oh, aha, aha. Aha. Ihr seid traumhaft. Hä, Freunde, wie süß ihr seid. Ist so, warum seid ihr auf einmal so süß alle? Ist so. Was ist dein Lieblingsmonster, Roblox? Durst, Freunde, Durst. 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 Denn ich habe immer so viel Durst. Aha. So, nein, du, das ist das die Lami. Spaß, Freunde. Sei Lami. Hör auf. Okay, Lami ist cool. Emily bist süße. Du bist süße. Ich habe Hugen, ja. Ich habe wusste, ich habe Hunger. Freunde, ich mache gleich so Chicken Curry mit Reis und sowas. Aha, aha. In meinen neuen Gericht, Freunde. Ich finde das spannend. Ja. Easy. Ey, der kriegt jetzt Bobux, ne? Ja, klar, kriegt der Bobux. Crazy. Oh, neun. Drei, zwei, fünf. Äh, acht vielleicht. Oh. Das ist mein Lieblings-Essing. Oha. Ey, was macht denn da, die GAG hinter dir? Äh. So, easy gewonnen. So, Leute. Das war eine freshere Runde, Dors, mit euch. Easy win, würde ich mal sagen. Hä? Wo ist der andere? Ah, da. Easy peasy. Ich habe theoretisch auch gewonnen, Freunde. Nein, hast du nicht. Ich habe gewonnen, eigentlich. Verloren, verloren. Ich glaube, ich bin so fein. Du hast verloren. So, wie heißt dein Account? Lamy und Emily Best. Okay, Leute. Ich würde sagen, den geben wir mal ganz schnell Bobux. Down, down. Leute, jetzt mal ohne Witz. Wie krass wäre das eigentlich, wenn hier, also, eine Fortsetzung kommt von Dors, wo es dann unten weitergeht. Unten in Dors. Weil man fährt ja mit dem Fahrstuhl nach unten. Ah. Und unten geht es dann direkt weiter. So, Tür 200. Ja, so Tür 101 ist da. Okay, das wäre cool. Leute, wie krass wäre das? So lang. Ich spiele jetzt doch eine Runde mit Murder Mystery, okay? Okay, dann schick mal Link. Okay, also, nein, wir gehen auf deinen Link. Nein, wir gehen auf deinen Link. Wir gehen auf deinen Server. Ah, okay, Uzi, mach mal Link. Ich bin jetzt schon auf deinen Server. Nein. Uzi, schick mal bitte einen Link. Uzi, Pussy. Ja, Freunde. Ey, Freunde, ihr seid so süß. Danke so viel, Lola. Habt ihr noch nie gesagt, ich heule. Ey, Lola. Lola, 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 Lola. Okay, Uzi macht einen Link. Ey, sag mal die ganze Zeit Lola, ganz schnell. Schick uns den in Aufnahme. Sag mal ganz schnell Lola hintereinander. Lola, 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 Lola. Ey, was geht denn los, Freunde? Ich bin in der Runde, äh, da bist du hier drin. Ich würde sagen, hier, dafür, dass er mit dabei war, er bekommt 1500 Bubuks. Hi, Freud. Hier, bitteschön. Und, Moment mal, Sari Forever. Moment mal, wo war die hier? Sari Forever. Du bekommst... Easy. Easy. Du bekommst auf jeden Fall hier auch nochmal ein paar Bubuks. Ah, easy peasy. Ja, easy. Okay, wo ist der Link, Uzi? Gut so. Genau, Freunde, schick uns mal, äh, Uzi, schick uns mal den Link. Heck klar. Wenn du da bist gerade. Ja, sorry, ich bin halt zu krass. Okay, Uzi hat mir Link geschickt. Ah, mir auch. Okay, tschüss, Bär. So. Oh nein, ich komm nicht da drauf irgendwie. Ich join dir einfach hinterher. Wo bist du? Bist du schon drin? Ich join da gerade rein. Okay, dann warten wir kurz, Freunde. Oh, noch einen Moment. So lange mach ich die Musik mal wieder an. Und hier ist sie. Oh nein, ich bin voll unschuldig. Genau jetzt, Freunde. Ah! Nein! Freunde! Nein! Der wird mich jetzt so umknödeln. Umknödeln? Hab ja noch nie gehört. Ey, wir haben den zweimal ausgetrickst, ne? Oh mein Gott. Hä? Ah! Was? Oh mein Gott! Passt auf. Da kommt jetzt noch ein Messer. Oh! Was geht eigentlich bei dir ab, Mann? Hä? Ah! Ich kann es dir nicht sagen. Hey Leute, es tut mir wirklich leid an alle, die irgendwie Kopfhörer anhaben oder so. Hä? Ich bin hier alleine. Ja, Lambs, ich komm gleich. Oh mein Gott, du spielst einfach ohne mich? Nein, nein, nein. Doch. Emily. Ich schick den Link jetzt rein. Nein. Ey, nein, nein, nein. Warte mal kurz. Okay, Leute, gucken alle in den Chat. Ihr bekommt jetzt den Link. Ja, okay. Lambs, warte. Oh, du bist so frech. Und drei. Oh nein. Ich will den... Zwei. Eins. Hey. Äh, du hast keine Berechtigung. Toll. Dein Ernst? Dein Ernst, Emile. Ich kann nämlich nicht über diesen Link reinkommen, Lambs. Warum nicht? Das geht nicht. Hier, schick dir den Link nochmal. Danke. Nein, ich komm da irgendwie nicht drauf. Dann mach deine Roblox erstmal zu. Dann geht das. Ah. Ey, du bist doch so eine Roblox-Noop, ne? Ich komm da trotzdem nicht drauf. Doch. Nein. Ich wette, wenn ich in dein Zimmer komme und das versuche, dann geht das. Ja, komm doch. Nö. Lambs. Ja, okay, warte, ich komme. Warte. Warte. Ich bin drin. Oh mein Gott. Ich bin einfach nicht über dich gejoint, du Noob. Hä, du bist aber nicht drin. Oh mein Gott. Ey. Leute, es ist einfach nicht leicht mit Emily. Es ist nicht leicht. Ey, noch acht Likes. Dann haben wir zwei Tausend Likes. I'm fresh on the show. Laced with baby powder. Ich kann nicht kommen mit... Okay, Leute. In der Zeit, wo Emily noch braucht, kaufe ich mir erstmal... Hä, nein. Du hilfst mir jetzt mal, Lambs. Doch. Ich kaufe jetzt 800 Edelsteine. Hey Lambs, stopp, du kommst rüber. Und let's go, Freunde. Oha, Freunde, oha. Toll. Und dann noch so ein hässliches Messer. Okay, Leute. Ich komme jetzt. Ja. Einer. Ich werde dich. Ich werde dich. Einer Lambs kommt. Ich werde dich. Freunde. Nanami kommt. Oh, oh, da kommt der. Oh, 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 oh. Freunde, wenn ihr wüsstet, wie der... Ähm, Lambsson? Guck mal. Guck jetzt mal. Guck jetzt mal. Klick. Und dann passiert das. Du bist nicht angemeldet. Oh mein Gott. Ja, ich habe keine Lust, mich anzumelden. Muss ich mich anmelden? Ja, natürlich. Boah, keine Lust. Ey. Ja, guck. Leute, die ist bei Roblox nicht angemeldet. Und wundert sich, warum das nicht funktioniert. Pff. Nee. Warte. Da bin ich alarm. Oh. Ey, was geht eigentlich hier ab in deinem Chat? Leute, was geht ab, Mann? Hallo? Schreibt mir irgendwas cooles zu Lamy. Freunde, schreibt mal, dass Lamy steckt. Und... Echt ein Lamy. Freunde, schreibt, dass ihr gepupst habt. Ey, Leute, euer Ernst? Oh Mann. Aber ich muss auf Klo lang. Guck mal, du bist jetzt drin. Was war daran so schwer? Du musst dich einfach nur anmelden. Oh. Boah. 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 Freunde, der hat so gepupst. Boah. Leute, hör zu. Guck, das war wie eine Sache. Boah. Man hört nichts, Freunde. Ne? Seg mal ehrlich. Warte. Genau hier an der Stelle. Ja. Ja. Ja, Freunde. Ne? Lamy. Ne? Ja. Ne? Ja. Gegen wen spiel ich eigentlich gerade? Ey, Helmy. Guck mal, was ich hier habe. Boah. Freunde, du hattest mein Playbutton in der Hand. Ciao. Hä, warum gehst du mit meinem Playbutton weg? Ich klaue dir jetzt. Hä, warum? Hä, Freunde, der ist jetzt einfach mit meinem Playbutton weg. Weißt du, was wir dann machen? Ja, einfach mal gesiegt haben wir. Bei 5 Likes greiß ich Emilys Playbutton aus dem Fenster. Ist das dein Ernst? Sorry. Nö, 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 das schaffst du nicht. Ich hab übrigens gewonnen, ne? Wow. Ich muss mal ganz kurz auf Clue, Lambs. Hier, ich... Okay, warte, warte, ich muss erstmal den Link. Ich muss was cooles machen. Erstmal den Link. Nein, ich muss mal pübeln. Und 3. Warte, ich hab den Link nicht. Okay, kopier den. 3, 2, 1, go. Ich war schneller. Ne, ich war schneller. Ne, ich war schneller. So, jetzt sag mal den Zuschauern irgendeinen coolen Witz. Tschüss. Okay, Emily. So, kommen jetzt überhaupt ein paar Leute auf den Server drauf. Ah, jetzt. Okay, der Server ist voll. Wunsch geht ab, Mann. Sui. Was hat der hier für ein Trikot? Da steht nicht mal ein Name drauf. Okay, mal gucken, Freunde. Ja, es fängt schon mal nicht so gut an. Hier mit unschuldig. Ich mach mal den Sound an. Hallo. Boah, Emily hat voll gehört, dass du gepusht hast. Echt? Ja. Zum Glück riecht man den nicht. Oh mein Gott. Oh nein. Die hat geschrieben, please, Foto. Und ich hab die getötet. Ey, ich bin so ein schlechter Mensch. Ah. Ey, Junge. Mist. Warum denkst du zugelegt? Nein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, Freunde. Ich hoffe, du bist tot. Ey, das kann nicht sein. Sind die irgendwie schneller als ich? Du bist einfach nur ein Noob. Tja, wem läufst du jetzt hinterher? Einfach niemanden? Okay, sehr schlau. Schlaue Taktik. Nee. Ja. Aber der ist hier bestimmt geflüchtet. Ja. Ich wusste es. Oh mein Gott. Warum sollte ich stehen? Lauf doch weg. Okay, warte. Hat er die Waffe? Nee. Er hat die Waffe, oder? Okay. Leute. Oh mein Gott. Er hat sie die Waffe. Er hat mir schwarz vor Augen. Freunde, ihr habt gewonnen. So, ich spiele jetzt noch eine Runde. Okay, Lambs? Eine Runde noch? Ja, eine Runde. Und dann mache ich endlich Essen. Okay. Okay, Freunde. Also. Ey, macht jetzt doch mal die letzten Likes voll. Freunde, uns fehlen nur noch 13 Likes. Wenn jetzt, wenn, wenn, dann weine ich. Leute, wir haben auch die 2000 Likes geschafft. So. Also, Freunde, macht auf jeden Fall bei Emily auf süß die 1000 Likes voll. Kommt mal alle rüber kurz. Ja. Ich brauche jetzt genau sieben Leute, die rüberkommen, um zu liken. Genau, Leute. Und drei, Leute. Oh mein Gott. Geht rüber. Oh mein Gott, oh mein Gott. Haben wir es gleich? Wir haben 995. Freunde, sind die Likes gerade runtergegangen? Ist das euer Ernst? Oh, 1000 Likes. Let's go. Dankeschön, Freunde. Ihr seid die Besten. Wann kommt der Plüschi? Leute, ihr bekommt bald von mir zwei Plüschis. Und da müsst ihr dann entscheiden, welcher Lamy Plüschi besser ist. Es sind gerade zwei in der Produktion. Und ihr könnt dann entscheiden, welchen Plüschi ihr lieber mögt. Ei, ei, ei. Oh mein Gott. Du bist einfach wieder Mörder. Du bist einfach wieder Mörder. Wie kann das sein? Los. Erschieß sie. Erschieß sie. Er ist ja schon wieder Sheriff. Oh mein Gott. Okay, Freunde, das war's dann. Okay, Lamy, wir müssen noch eine süße Abmod machen für mich. Okay. Weißt du hier noch was? Ich bleibe noch etwas live. Okay, wo bist du? Und werde noch natürlich ein paar Bobaks verlosen. Komm, nehmen mich. Wo? Also, Freunde, danke für diesen wirklich richtig coolen Livestream nach dieser coolen Zeit, wo ich nicht live war. Danke, danke, danke. Danke für die tausend Likes. Danke, dass ihr die ganze Zeit dabei wart. An die, die hier ganze Zeit bis zum Ende drin waren. An die 230 Leute. Leute, ich küsse, ich küsse eure Herzen. Ihr seid wirklich die Besten. Ähm, ja, ich würde nur sagen, wir sehen uns morgen. Morgen kommt ein cooles TikTok wieder von Lams und mir, Freunde. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ja, bleibt jetzt alle, also geht jetzt alle zu Lams rüber. Ich bin unschuldig. Danke für den schönen Stream. Es war richtig schön. Und tschüssi. Ciao, Emily. Okay. Leute, da warst du noch ein Lams. Ich bin noch vier Lams. Ey, was machst du hier, Mann? Spaß, ich bin jetzt weg. Tschüss. Okay. Tschüss. Kuss. So, Freunde. Ich werde auf jeden Fall noch ein, zwei Runden Mörder Mystery spielen. Ich habe mal Lust auf Mörder Mystery. Okay, ich habe doch keine Lust mehr. Auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall noch paar, äh, auf jeden Fall Bauwachs verlosen. Aber erst mal. Müssten wir noch hier ein paar Kissen aufmachen. Denn mein Ziel ist es ja immer noch. Hier jede rote Waffe zu besitzen. So. Oh mein Gott. Okay, Leute. Das packen wir jetzt aus. Oh nein, da war es. Oh. Hä, fresh. Das sieht fresh aus, Freunde. Mal gucken. Oh nein. Da hätten wir es fast bekommen. Toll. Das sieht einfach aus wie das ganz normale Messer. Oh, oh, da war es. Da war was Pinkes. Hä? Seit wann kann man was Pinkes hier ziehen? Okay, das Messer brauchen wir auch noch. Komm schon. Ey, Mann. Poppe-Messer. Und... Ey, Leute. Nicht im Ernst, oder? Ich bekomme hier wirklich nichts Gutes. Ich gebe hier gleich meine ganzen Bauwachs aus, bis wir was Rotes bekommen. Hey. Noch 100? Oh mein Gott. Oh, das war's, Freunde. Leute, ich muss mir auf jeden Fall noch mehr Diamanten kaufen. Kaufen wir einfach mal direkt die 1700. So, jetzt weiß ich gar nicht, was ich geworden bin. Unschuldig. Oh Mann, ey. Ich muss mich mal verstecken, Freunde. Okay, was schreibt ihr so? In den Chat. Ich gucke jetzt mal in den Chat. Leute, habt ihr irgendwelche Fragen oder so? Riesengeldverschwendung. Leute. Ihr wisst ja, ich gebe hier eigentlich kein echtes Geld aus. So, ich verstecke mich mal einfach mal hier oder so. Ey, jeder weiß, wo ich bin. Ey, nicht euer Ernst. Wenn jetzt hier der Mörder dabei ist, bin ich wieder da, Lambs. Ey, was geht da? Oh mein Gott. Ah, da unten. Da unten ist der Mörder, Freunde. Da. Hä? Ne. Hä, was geht da ab? Wo ist denn der Mörder? Ah, da hinten. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Ich habe ihn doch getroffen. Ja. Zui. Zui. Was ist das für eine Mannschaft? Was ist das für eine Mannschaft? Oh mein Gott. Das war auf jeden Fall nicht Ronaldo-Mannschaft. So. So. So ein komischer. Ein zu mich. Ich bin komisch. Ja, vielleicht ein bisschen. Bochum war das. Bochum? Wo ist Bochum? Kannst du mich grüßen? Roblox-Kiddy. Ich grüße dich. Ey, das kann nicht wahr sein. Ich werde... Ich habe hier wieder den Mörderfluch. Kann das sein? Lamy a train. Moment mal. Ich möchte auf jeden Fall nichts von euch annehmen. Aber ich kann euch gleich Sachen schenken. Lass mich nur... Was Gutes ziehen. So. Wir ziehen jetzt was Krasses, Freunde. Hier. Das rote Messer. Komm schon. Ah, ja okay. Das geht... Das geht fit. Das ist cool. Hm. Hier. Probieren wir mal das hier. Ah. Toll. Nichts Besonderes. Nächste Kiste. Oh mein Gott. Da waren so viele rote Messer. Im Ernst. Es ist dein Ernst, Roblox. Und... Okay. Das geht auch noch fit. Das ist auch in Ordnung. Toll, jetzt bekomme ich das nochmal. Nee, dann ist es doch nicht in Ordnung. Okay. Oh oh. Hä? Wo war das? Äh! Ich bin hier eingesperrt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo? Hier ist aber nicht der Mörder, oder? Trade. Okay, warte. Wie heißt du? Feuer Cat. So, ich trade hier mal ein paar Sachen. Wenn das geht. Oh oh. Oh oh. Oh oh, Leute. Da ist der Mörderlauf. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja. Da ist die Eifel an mir vorbeigelaufen. Das heißt, wir können erstmal eine neue Kiste auspacken. Kannst du Leni und Isabel grüßen? Leni und Isabel, ich grüße euch. Und könnt ihr mir vielleicht ein bisschen Glück wünschen, damit ich mir mal was Cooles bekomme. Ja, gewonnen. Oha. Das sieht auch cool aus. Okay. Leute, ich habe letztens bei TikTok ein bisschen durchgeschaut bei den Roblox Livestreams. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht werde ich auch irgendwann mal einmal auf TikTok Livestream. Da gibt es richtig viele Roblox Streamer auf Deutsch. Aber irgendwie wirklich jeder, der bei TikTok Livestreamt, streamt irgendwie nur Adopt Me. Und das finde ich ja, wie ihr wisst, langweilig. Keine Ahnung. Da tradet man einfach nur Pads. Und bei TikTok machen die das dann so, dass die Adopt Me Pads gegen Murder Mystery Sachen tauschen oder so. Oh mein Gott. Endlich mal nicht unschuldig. Aber ja, Freunde. Das können wir irgendwann mal machen. Also auf TikTok Livestream. Oh oh. Oh nein, kommt nicht zu mir. Oh mein Gott. Da wurde schon jemand umgeschnitzelt, oder? Da wurde schon jemand umgeschnitzelt. Oh, sogar hier? Moment mal. Moment mal. Ich glaube irgendwie er ist der Mörder, oder? Oh oh. Oh oh. Nein. Lass mich in Ruhe. Oder? Ist der überhaupt der Mörder? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Wer ist der Mörder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe so Angst vor euch, ne? Vor euch allen. Ey, hört auf, wie so hinterher zu laufen. Lami trainen. Ja, wartet mal, Freunde. Ich traide euch gleich Sachen. Okay. Oder, Moment mal, Freunde. Was ich auch gesehen habe. Lami sagt, kommt mal bitte alle nach unten. Aber der Mörder darf niemanden töten. Lami sagt, kommt alle nach unten. Hier in eine Reihe. Alle eine Reihe machen. Alle nebeneinander stellen. Genau hier. Stellt euch genau hier in die Reihe. Aber der Mörder darf niemanden töten. Wir spielen jetzt ein Spiel. Alle hier auf die Reihe stellen. Hier. Oh mein Gott. Nein. Du darfst niemanden töten. Nein. Oh mein Gott. Leute, wer war das? Ich wollte gerade so, äh, Gäste-Mörder. Ja genau, sowas. Lass uns sowas mal spielen in der nächsten Runde. Wann sie? Ja, tötet sie einfach mal. Dann machen wir eine neue Runde. Genau. Mach mal. Also, tötet sie mal. Ey, dein Ernst? Du triffst sie nicht? Oh mein Gott. Tacker 2 Gamer. Endlich. Okay, wir machen jetzt Errate den Mörder. Also, wir treffen uns jetzt alle. Egal was wir sind. Ob Mörder, Unschuldig oder Sheriff. Wir treffen uns jetzt alle in der Mitte von der Map. Also bei mir. Und dann werde ich euch. Ne, dann werden wir auf jeden Fall Errate den Mörder spielen. So, Moment. Nein, nein, bitte den Kürbis raustun. Ja genau. Diese ganzen grauen Sachen, die kann ich euch allen einfach so verschenken. Ich grüße Döner, okay. Okay, viele Grüße an Döner. So. Kommt alle jetzt, ähm, in die Mitte von der Map. Alle, 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 alle. Einmal hierhin. Alle hierhin stellen. Den Mörder bitte niemals töten. Okay, Freunde, ich glaube, das macht keinen Sinn, oder? Ey, nein, töte ihn. Oh, oh. Ich würde noch gerne eine Runde Errate den Mörder spielen. Oh mein Gott, Leute, wir haben ja schon richtig spät. Oh, oh. Es ist 10 Uhr bei euch. Oh, Freunde, das tut mir ja richtig leid. Bei mir ist es gleich erst 9 Uhr. Ich kann dann nach der Runde gleich sofort ein paar Baubugs verlosen. Ich würde nur gerne eine Runde Errate den Mörder spielen. Aber das geht schlecht, wenn hier nicht alle mitmachen. Also hier, Barbo, 2, 4, 2, 4. Leider hat er hier die Regeln gebrochen. Hier, Rahman, ich glaube an dich. Oha. Oha. Das wird knapp. Oh mein Gott. Okay, Freunde, jetzt spielen wir Errate den Mörder. Wir packen noch eine Kiste aus. Eigentlich muss ich auch noch was Rotes bekommen, aber ich bekomme einfach nichts Rotes, Freunde. Okay. Wer jetzt hier in der Runde jemanden tötet, der fliegt sofort raus. Also bitte niemanden töten. Wir spielen jetzt Errate den Mörder. So. Ey, tu das Blattnäß da raus. Genau. So. Einmal akzeptieren. Nein. Nicht trainen, bitte. Okay, Freunde, kommt alle in die Mitte. Hallo? Handel? Abgeschlossen. Abgeschlossen. Okay. Äh. Einmal hier hin. Zur Mitte. Ganz genau. Stellt euch alle hier in eine Reihe auf. Hier bei dieser Linie. In eine Reihe. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich hoffe, kein Mörder attackiert jetzt jemanden. So. Ich stelle mich auch in die Reihe. Okay. Der Sheriff. Das funktioniert jetzt so. Der Sheriff geht nach hier vorne. Sucht sich jemanden aus, den er für Sass hält. Und schießt die Person dann ab. Wenn die Person stirbt, geht dann eine neue Person hier an die Waffe. Und sucht sich wieder eine neue Person aus. Bis, bis man den Mörder gefunden hat. Also. Lami fragt. Wer von euch ist der Sheriff? Der geht bitte einmal hier hin zu mir. Okay. Lami train. Ja. Sofort. Okay. Wer ist der Sheriff? Sie hier. Hä? Sheriff? Hallo? Wer von euch ist der Sheriff? Oh mein Gott. Wer ist Sheriff? Hier. Ah. Okay. Okay. Du musst bitte einmal hier in die Mitte hin. Komm mal her. Nach vorne. Du suchst hier dann jemanden aus, den du dann umbringst, wo du denkst, das ist der Mörder. Jetzt töte jemanden, wo du denkst, er könnte Mörder sein. Okay Leute, ich geh mal auch hier rein in die Reihe. Alle in die Reihe. Okay. Wen wird sie erschießen? Ey, wenn sie jetzt mich erschießt, ne? Das wäre so ehrenlos. Okay. Los. Los, denken wir. Oh mein Gott. Nicht sein Ernst, oder? Ey, Leute, warum macht ihr das? Toll. Okay, Freunde, irgendwie geht das nicht mit euch. Schade Schokolade. Leider kann man das mit euch nicht spielen, ey. Toll. Das sind Fake-Fans. Okay, Leute, dann beenden wir jetzt hier das Ganze. Da bekommt auch niemand irgendwas getradet und niemand bekommt da Robux. So, gehen wir Alpha Brookhaven rein und verlosen ein paar Robux. Oh mein Gott, was geht hier im Chat ab? Was schreiben die im Chat, Mann? Ne, 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 ne. Oha, oha. Wie viele von der Lami-Ambi kommen direkt hier hin. Ich glaube, der sieht aus wie so ein typischer Hater, oder? Miran vergeben. Oh ne, Lami. Oh mein Gott, ja. Wir haben Hater gefunden. Ey, du Stinker. Ey, du Stinker. Okay. So. Freunde, wenn ihr Bobux wollt, ihr wisst, mit einem Lami- oder Emily-Profilbild habt ihr auf jeden Fall eine größere Chance, Bobux zu gewinnen. Dazu zählt nicht nur mein, äh, also dieses Bild hier, sondern auch Bilder auf meinem Discord-Server. Oder aus meinen Videos, was auch immer. Hä? Ähm. Okay, komische Musik. So. Und, ja. Der Link zum Discord, der ist gerade im Chat. Also, falls ihr noch nicht auf meinem Discord-Server seid, da kommt auf jeden Fall rein. Dort schreiben Emily und ich, ja, fast jeden Tag mit euch. Also, wir versuchen es auf jeden Fall. Und, ja. Da schreibt schon jemand hier in den Chat, der ist so dumm. Der RealMax003. Moment mal. RealMax003. Real-Max003. Wenn ihr wollt, edit den und nervt den. Nervt den einfach und schreibt Laminaldo oder sowas zu ihm. Er schreibt, wer mag denn Lami-Digger? Oh mein Gott. Okay, Leute. Lass uns mal zu dem Hater gehen. Okay. Okay. Moment, Moment, Moment. Bar CR7 schreiben die. Oh mein Gott, Leute. Was sind das für komische Menschen? Das sind bestimmt auch Menschen, die keinen Döner mögen oder so. Ronaldo auf die 1. Genau. Genau so ist richtig. Hier. Er. Geh mal. Pff. 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 Leute. Was ist das denn für ein Skin? Leute, wir bewerten mal den Skin. Ja. 0 von 10. Ja. Tut mir leid. He. Er hat keinen Style, sagt ihr. Du bist Baby-Content. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, ich liebe es, wenn Hater hier irgendwie versuchen, in Roblox mich zu beleidigen. Das ist immer so lustig. Bruder, hör mal auf. Bruder. Ey, Bruder. Ey, Bruder. Bleib mal hier. Oh mein Gott. Was schreibt ihr hier? So. Eklige Emojis und dann Lami. Oh mein Gott. Du bist der Beste auf der Welt. Dankeschön. Moment mal. Hat das Max geschrieben? Ah ne. Er schreibt. Mach immer Hater-Kommentare. Alter. Du bist ja auch mal richtig krass, Mann. Oha. He. Okay, okay, Leute. Wir vergessen das einfach mal. Es ist ja schon spät. Schreibt also jetzt gerne euren Roblox-Namen in die Kommentare. Beziehungsweise in den Chat. Und dann werde ich mir erstmal ein paar Leute hier raussuchen. Und jetzt bekomme ich irgendwie Lust, ein kleines Brookhaven-Video zu machen. Also ich glaube, ich werde nach dem Stream auf jeden Fall noch ein Brookhaven-Online-Data-Video machen. Ich glaube, jetzt ist die perfekte Uhrzeit dafür. Okay. Und natürlich noch ein Lami-Gaming-Video. Also, Freunde. Kommt auf jeden Fall auf den Discord-Server. Und ich werde dann mit euch erstmal ein Lami-Gaming-Video machen. Und danach mache ich noch ein Online-Data-Video. Denn wie ihr seht, die Lobby ist gerade hier perfekt. Die Lobby ist perfekt. Hier sind auf jeden Fall genug Hater. Und die Hater sind immer, ja, lustig zu trollen. Und was hat der hier für eine Musik? Moment mal. Oh, warte, ey. Was ist das hier für eine Musik? Ei, ei, ei. Das ist Musik aus Ohio, Freunde. Ganz normale Musik aus Ohio. Okay, aber wir werden, wie gesagt, ein paar Bubux verlosen. Deswegen, Freunde, wir schauen mal hier auf unser iPad. Und... Okay, perfekt. So. Ich werde jetzt an 30 Leute Bubux verlosen. Deswegen schreibt, wie gesagt, euren Namen rein. So, Uwu... UwuQ Single hatte noch nie, schreibt sie. Oh. Sie ist auch neu in der Gruppe. Also, UwuQ Single. Du kommst auf jeden Fall hier in meine Bubux-Liste. Die Liste, die, äh, ja. Noch nicht lang genug in meiner Gruppe drin sind. Ich werde es dann in drei Wochen nochmal versuchen. So. Lamia nennt sie sich. Aha. Wie gesagt, Freunde, ich werde jetzt random Namen rauskopieren. Und die Leute, die halt mein Profilbild haben oder Emilys Profilbild oder irgendein anderes Bild von mir und Emily. Also, dazu zählen auch die Real-Life-Bilder natürlich. Mit dem TikTok-Filter. Dann habt ihr auf jeden Fall eine höhere Chance, dass ich euch im Chat sehe. So, fünf Leute haben wir schon mal. Max is cool Single. So, ich hoffe auch, dass Ah, die Emily da drüben leckeres Essen macht. Vielleicht soll ich Emily nochmal rufen. Ja, eigentlich schon, oder? Emily muss auf jeden Fall nochmal in meinem Stream Tschüss sagen. So. Okay, gleich haben wir die ersten 15, Freunde. Gleich haben wir die ersten 15. So. Emilys C, oh mein Gott. So, wir haben jetzt zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, dreizehn. Noch zwei kommen hier auf diese erste Liste. Oha, was hat der für einen süßen Namen. Ich habe die beste Mami. Oh nein, sie ist nicht in der Gruppe. Oh Mann. In die Gruppe kommen. Und sie heißt sogar auf YouTube Lamis Herz. Oh Mann, ey. Das ist so schade. Komm in die Gruppe. So, dann Jalou. Lamis Döner heißt der. Oder sie. Sie ist auch nicht in der Gruppe. Ey Leute, was ist los mit euch? Kommt mal in meine Roblox Gruppe. Ich dachte, jeder ist schon in der Roblox Gruppe von euch. Müssen wir auf jeden Fall noch ändern. Dann. So. Und Bonbon. Super Mario. Okay, Freunde. Ihr bekommt alle 333 Bow Bugs. Kauft euch dann mit den Lamy, Emily. Also den Lamy Merch und den Emily Merch und das Lamy Cape. Das war die erste Liste. Also für die ersten 15 Leute. Also jetzt bekommen die zweiten, also die zweite Liste. Nochmal 15 Leute. So. Alter Leute, der ganze Chat besteht nur aus Lamy Profilbildern oder Emily Bildern. Leute, das ist so süß. Und das ist wirklich auch Freunde ganz egal, ob ihr das Lamy Bild habt oder. Oh oh. Lamy Fan 12, du bist leider nicht in der Gruppe, mein Freund. oder das Lamy Gaming Profilbild oder Lamy Craft oder Lamy Shorts. Was auch immer. Okay. So, noch 11. Oha, sogar Aboog will welche. Aboog. Und er heißt Lamy Fan. So. Perfekt. Oh mein Gott, wie kann man noch nicht in der Lamy Gruppe sein, Freunde. Ich sage das ja so oft immer in den Videos. Also ich habe es ja schon sehr, sehr oft erwähnt gehabt damals. Eigentlich müsste schon jeder drin sein von euch. Also wenn ihr noch nicht in meiner Lamy Gruppe seid, dann seid ihr leider selber schuld, Freunde, dass ihr keine Baubugs von mir bekommt. Kommt einfach rein, wartet drei Wochen und dann bekommt ihr welche oder seid einfach immer in den Lamy Gaming Videos dabei. Und wenn ich sehe, dass ihr keinen Cape habt oder den Noob Skin, also den Bacon Skin, dann gebe ich auch immer den Leuten ein paar Baubugs. Weil in den Lamy Gaming Aufnahmen machen wir immer den Cape Check. Und ja. Wenn da jemand kein Cape hat, dann gebe ich der Person auch immer Baubugs. So, Maria hat Lamy lieb. Sehr, sehr cuter Name. Wirklich so, so süß. Ich liebe diese ganzen Namen von euch, Bacon. Du bist leider nicht in der Gruppe. Also wenn ihr so einen Namen habt mit Lamy im Namen oder mit Emily. Lamy und Emily Best oder sowas. Also wirklich. Das ist so, so süß von euch. Oh mein Gott, warum sind denn heute so wenige in der Gruppe? Habt ihr überhaupt meinen Kanal abonniert? Kennt ihr mich überhaupt? Schreibt ihr einfach nur random euren Namen rein und kennt mich gar nicht? Falls das so ist, Freunde, falls hier ein paar neue dabei sind im Stream, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Folgt mir bei TikTok, folgt mir bei Instagram, kommt in die Discord-Gruppe, kommt in die Roblox-Gruppe, folgt mir bei Roblox, folgt mir überall, wo es nur geht, Freunde. Denn es kommen in der Zukunft noch so, so krasse Sachen auf euch zu, das wisst ihr gar nicht. Emily und ich machen im Hintergrund auch noch ganz, ganz viele Sachen. Also bleibt da gespannt. Es werden, ja, in Zukunft sehr, sehr, sehr krasse Videos kommen. Und Leute, wenn ihr heute keine Baubugs von mir bekommen habt, dann bekommt ihr vielleicht beim nächsten Mal welche. Jetzt kommen noch zwei Leute in die Gruppe. So, noch zwei Stück. Einmal die Alina-Banane. Und einmal er hier. So. Damit ist die zweite Liste jetzt voll. Die nächsten 15 Leute und Freunde, das war's. Wie gesagt, falls ihr keine Baubugs von mir bekommen habt, dann seid bitte nicht traurig oder wütend oder was auch immer. Kommt einfach immer wieder in die Livestreams rein und dann habt ihr die Chance auf ein paar Baubugs oder in die Lami Gaming Aufnahmen. Denn da werde ich euch auch ein paar Baubugs geben, wenn ich sehe, dass ihr kein Lami Cape habt oder einfach Noob Skin. Die heißt einfach Lami Stinkt. Oh mein Gott. Mia, du stinkst. Und ja. Freunde, ich bedanke mich wirklich bei jedem, der hier im Stream dabei war. Moment mal. Freunde, ich rufe mal ganz kurz. Emily. Komm mal. Okay, Leute, ich hoffe mal, sie kommt. Okay, doch, doch. Ich glaube, sie kommt, oder? Emily muss sich auf jeden Fall auch noch hier verabschieden. Emily, du musst mal Tschüss sagen. Bis, Freunde. Okay, Freunde. Danke, dass ihr dabei wart. Glücklich an jeden Einzelnen, der von Anfang bis Ende dabei war. Ich küsse euer Herz. Wirklich. Ihr seid die Allerbesten. Ich liebe euch. Wir lieben euch. Und wir sehen uns morgen bei einem neuen Video wieder. Checkt auf jeden Fall noch die Lami Gaming Videos ab. Mods, bitte einmal Lami Gaming Kanal verlinken im Chat. Und ja, was soll ich das sagen? Wartet ab, Leute. Es kommen sehr krasse Sachen auf euch zu. Lami Plüschis. Und Vlogs kommen bald auch noch. Also, ihr müsst auf jeden Fall noch warten. Bleibt einfach weiter aktiv. Wir lieben euch. euch, euch und tschaui.